Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Flamme von Udun. So bezeichnete Gandalf einst den Balrog in Herr der Ringe, die Gefährten, in einer wirklich absolut legendären Szene. Und ja, Herr der Ringe-Fans, die ein bisschen aufmerksamer hinhören, werden vielleicht den Titel dieser Folge daher wiedererkennen, nämlich Udun, die mittlerweile sechste Episode von der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und wir sind immer noch zu zweit hier und besprechen sie jetzt zum einen, mein alteingesessener Gefährte, der Lasse. Hallo. Und ich natürlich, der Dom. Wir kriegen das hier wieder zu zweit über die Bühne. Mal sehen, ob wir bei der einen oder anderen Folge vielleicht nochmal jemanden hinzuziehen. Aber wir haben jetzt auch gemerkt, von der Laufzeit her macht das eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Ja, mal sehen, wie es diesmal wird. Es ist ja diesmal auch tatsächlich, also es ist schon irgendwo eine sehr ereignisreiche Folge, aber sie ist jetzt nicht so überfrachtet mit Plotlines, die hin und her springen, sondern ja, so wirklich nach Game of Thrones Vorbild haben wir hier maximal zwei Handlungsstränge, die an einem Ort aufeinandertreffen, nämlich in den Südlanden. Also das, was schon in Folge 5 mehr oder weniger angeteasert wurde, dass die eben auf diesen Turm zu marschieren, die Orks zusammen mit Ada und die Südlande, beziehungsweise die Menschen in der Südlande vernichten wollen. Und das kriegen wir hier jetzt hauptsächlich im Fokus. Genau, und wir sind kurz auf dem Meer. Genau, ja, aber eigentlich nicht viel. Nein, aber wie gesagt, das ist ja trotzdem noch ein anderer Handlungsort, wo südlich auf dem Meer. Ja, was bei der Folge schon direkt auffiel, das hatte ich ja gerade eben schon gerade eben erst zu dir im Vorgespräch gemeint, weil ich ja eigentlich davon ausgegangen war, dass unser werter Freund Wayne Jipp vier Folgen der Serie, also sprich schon die Hälfte inszeniert hätte, war ich dann hier im Vorspann doch etwas überrascht oder also im Intro, dass hier schon wieder jemand anders auf dem Regiestuh saß, nämlich Charlotte Brandström. Ja, ich hatte auch gedacht, oh, ich dachte, er hätte jetzt noch eine Folge mehr gehabt, so diese so, die aneinander anschließen, aber nein, ja, wieder Regiewechsel und das fällt gleich in der ersten Einstellung auf, fand ich. Tatsächlich, also man merkt, dass hier einfach irgendwie schon hinter den Kulissen was gewechselt hat, also während der Folge dachte ich mir auch so, hm, erstaunlich wenig Zeitlupen, jedenfalls von der Art, wie Wayne Gypsy hat und mit denen ich ja so meine Probleme habe. Aber, äh, ja, eine schwedische Regisseurin, soweit ich weiß, hat, äh, zuletzt für Netflix einiges gemacht, unter anderem auch bei The Witcher oder Jupiter's Legacy und wird wahrscheinlich dadurch dann hier, äh, gelandet sein, ne? Ja, unfassbar viel TV-Zeug, also das ist halt wirklich ihr Ding, halt, hat Sachen von Outlander auch gemacht, Conspiracy of Islands, Madam Secretary, ähm, genau, also geboren in Frankreich, aber aufgewachsen in Schweden. Okay, äh, schon ungewöhnlich. Auch in den Vereinigten Staaten und, ja, spricht mehrere Sprachen. Ja, also sie hat, äh, sie ist da, sie ist echt eine Veteranin und, ähm, genau, ich hab auch die, ja, die, sie hat auch zwei, ich glaube, sie hat zwei Witcher-Episoden gemacht, die du auch noch nicht gesehen hast, in Staffel 1. Ähm, beide sehr Jennifer, ähm, lastig und auch welche und auch so mit die bekannteren Geschichten aus, Kurzgeschichten aus den Büchern, äh, beinhalten diese, diese Sachen. Ja, aber, ja, das, also deshalb, ich kannte schon ihre Arbeit, ich wusste gar nicht bei Witcher, weil da hab ich auch nicht jede Regie-Person im Kopf, aber umso schöner. Ja, und, ähm, weil wir beginnen hier direkt mit diesem sehr intimen Close-Up, wo, ähm, wir Ardas Hände sehen und er, und er sät ein paar Samen und hier wissen wir noch nicht ganz den Hintergrund davon, das wird später erklärt, aber es hat trotzdem etwas so von wegen halt, oh, es ist, es wirkt bedächtig, es lässt sich ein bisschen Zeit, es ist atmosphärisch, also es ist schon ein, 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 eine Änderung spürbar. Ja, es hat so ein bisschen was von, äh, ich musste, äh, sehr an Gladiator denken. Oh ja. Wo, äh, Russell Crowe auch jedes Mal, also der, der ist ja da irgendwie ein Bauer gewesen und auf jeden Fall ein Farmer und hat da auch jedes Mal so die Konsistenz der Erde gecheckt vor irgendwelchen, äh, Angriffen, ne, ist ja, ist ja ganz legendär, wurde ja auch schon ganz oft verarscht. Ähm, und, äh, ja, ne, also man, man hat ja auch gesehen, Ada hat auf jeden Fall so einen Handschuh, ne? Ja. Also, das haben wir ja vorher schon gesehen, er hat einen Handschuh und der andere Hand ist ja ziemlich, ja, gut, ist vielleicht auch ein bisschen klischeehaft mit seinen Krallen, aber es passt durchaus und er sagt dann irgendwie auf Elbisch, äh, neues Leben, dem Tod zum Trotz und da wird dann, äh, im weiteren Verlauf nochmal tatsächlich der Bogen zu gespannt. Mhm. Äh, wie der andere, da sind welche, die sind riesig, da sind welche, die sind klein, da sind welche, die sind richtig fett und massig, alles Mögliche. Also, das ist wirklich großartig. Das, das wirkt nicht einmal wie, wie Copy and Paste im Gegensatz zu anderen Szenen, die wir zum Beispiel schon bei den Menschen der Südlande haben. Da hab ich zum Beispiel jetzt einen Post auf Twitter letztens gesehen, äh, wo diese Szene ist, ich glaube auch aus der letzten Folge, wo Bronwyn da auf dieser Brüstung steht und mit den Menschen redet und wenn man da im Bild guckt, da haben sie tatsächlich bei den Dorfbewohnern wirklich mitunter Copy and Paste gemacht. Ja, ich meine, das stand auf der Höchstzeit von Covid und, äh, die großen Arbeiten, die haben, aber es ist ein sehr kurzer Shot, wo man halt natürlich einfach dann gar nichts merkt, ich hab nichts gemerkt, aber natürlich irgendein Arschloch stoppt dann und, äh, äh, äh. Ja, 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 ja. Ja, also unterm Gesichtspunkt von Corona kann ich's vielleicht schon verstehen. Ja, gut, vielleicht hatten, also, sie hatten am Set immer echte Menschen, ne? Das ist ja, das ist ja zumindest mal was wert, wobei jetzt hier die Orks, also klar, da wird wahrscheinlich auch CGI zum Einsatz gekommen sein. Aber wir haben sehr, sehr viele, äh, Komparsen, Statisten, etc. in, äh, Make-up und Maske und das ist einfach nur großartig. Jet Prophi ein weiteres Mal? Wahrscheinlich, genau. Ja. Und dann auch vervielfältigt im Rechner. Genau, und er hält, er hält diese, er hält diese Rede, äh, wo er dann halt im Prinzip sagt, so lange haben wir ausgeharrt und jetzt stehen wir ja nicht als Sklaven in einem fremden Land, sondern als Brüder und Schwestern. Ja, und das finde ich auch, das wird das erste Mal explizit angesprochen, ja, auch weibliche Orks gibt's. Mhm. Und das ist cool, dazwischen stehen auch die Menschen, wie sie in Waldrek kurz oder so ein bisschen verängstigt aussieht. Ja. Und, ähm, man, man sieht ein weiteres Mal, ähm, Adas leidenschaftliches Charisma und, äh, aber trotzdem diese, diese, diese Bedächtigkeit so in seiner Präsenz. Ja, der hat schon, äh, eine besondere Ausstrahlung tatsächlich irgendwie, also Joseph Morley hat hier deutlich mehr zu tun als in Game of Thrones, äh, was echt schön ist, er sieht ja auch wirklich, also den, den haben sie auch gut hingekriegt vom, vom Aussehen, also wieder Props an die, an die, ans Make-up-Department, äh, was, äh, äh, ja, ja sagt, also er nennt ja die Orks tatsächlich meine Kinder, ne, wie wir's ja schon öfters auch gehört haben. Und dann sagt er, äh, dass sie wohl irgendwie eine sehr weite Wanderung von sich haben, von den Eret-Mithrin zu den, äh, zum Efil-Anen. Und Eret-Mithrin ist ein alter Name für das graue Gebirge, was ganz im Norden Mittelerdes ist, wo ursprünglich auch mal Zwerge waren und wo auch die meisten Drachen herkommen. Mhm. Und dann, äh, ist hier Efil-Anen, das hab ich vorhin auch noch mal gegoogelt, da wirklich mal ein Lob an die Drehbuchautoren, weil das ist nämlich ein alter Name für das Schattengebirge. Ah. Also den es, den es dann später nicht mehr gibt, aber so hieß tatsächlich in der früheren Zeit, also bevor Sauron das, äh, Mordor besetzt hat, hieß tatsächlich die eine Gebirgskette nördlich. Mordor wird ja eingeschossen von zwei Gebirgen, das haben wir ja schon oft genug gesagt. Und eines davon, das eine ist das Aschengebirge, das andere das Schattengebirge. Und dieser Name ist wirklich zu der Zeit dafür gebräuchlich gewesen. Also, tolles Detail, wie ich finde. Du hast auch ein, äh, apropos Detail, ähm, mir ist aufgefallen, er trägt ja diesen Panzerkragen mit diesem seltsamen Fluss, äh, äh, Symbol oder wie auch immer. Das ist genau das Gleiche, was auch Gilgala trägt. Ja, das hast du auf Twitter gesehen, ne? Äh, nee, ich hab, ich hab tatsächlich, weil ich hab neulich noch mal die erste Folge geschaut, meine Mutter war dabei. Mhm. Und da hab ich gesehen, Moment mal. Ja. Da hab ich ein bisschen mehr geachtet aufs Kostüm. Ja, es lässt ja auch vieles darauf schließen, dass er eventuell vielleicht auch ein Waldelbner war oder zumindest irgendwie mit denen verbandelt ist, ne? Aber zu Ada wird ja hier noch einiges kommen. Jemand hat auch, ich hab ja auf Twitter gesehen, jemand hat ein Stopp-Bild gemacht von der Szene in der ersten Folge, wo doch dieses Bulbentur sind, die Elben schlossen sich zusammen und fuhren. Und da gibt's auch diese, diese Kamerafahrt, wo halt die Elben heben so alle ihre Schwerter miteinander im Kreis. Ja, und da machen sie ein, da machen sie ein Stopp-Bild und da ist auch so ein, so ein dunkel, so ein dunkelhaariger Elb, man sieht's nur verschwommen, wo man dann, wo du halt so Mut machst, ist der das vielleicht? Und vor allem halt, er hat eben auch genau, also die haben auch sein Schwert hier zwar halt ein bisschen heruntergekommen, das ist genau dieses Modell, was die da auch tragen. Und, ähm, ja, also es konnte gut sein, dass er vielleicht einer von denen ist oder gewesen ist. Ähm, jedenfalls marschieren sie zum Turm. Und sie haben die ganze Zeit, äh, und den, äh, Ausspruch hatten sie ja in der letzten Folge, glaub ich, auch schon. Ja. Und auch ein Track, also du hast ja den Soundtrack bekannt, nicht bevor, äh, die Serie überhaupt released wurde, rauf und runter gehört. Mhm. Und da heißt ja einer der, eines der Stücke heißt Numpad. Ja, ich weiß nicht, was das heißt, leider. Äh, ich, äh, hab's tatsächlich rausgefunden. Oh. Es ist schwarze Sprache für Tod. Oh. Eigentlich fast sogar ein Stück weit ne, ne Umkehrung. Äh, von den Reitern von Rohan. Ja, ja, genau, richtig. Richtig, da musste ich auch sehr dran denken. Ja. Oh, clever. Ja, auf jeden Fall rufen sie das alle, marschieren auf den Turm. Wie wir das ja auch schon, äh, gesehen haben in der letzten Folge. Das war ja auch wirklich, also das war wirklich bildgewaltig, das ja auch wieder. Also hier denkt man wirklich, man, man guckt nen, äh, Jackson-Mittelerde-Film, ne? Ja, und das ist, und das ist einer, ein Moment, der bei mir rausschafft, weil es ist ja fast durchgehend wirklich immer Musik in dieser Serie. Und sobald sie durch das Tor gehen, ist plötzlich Stille. Ja. Und das fand ich so eine, so eine, so ein schöner Einsatz von halt abwesender Musik. Das, das fand ich ganz großartig. Gerade halt, wenn das so vorher laut und bombastisch ist, dann sticht das sehr schön heraus. Weil ich war total überrascht davon, weil ich halt dachte, ja, die verschanzen sich da, etc. Und dann, oh, niemand da. Ja, die, die marschieren, also Ada öffnet einfach so, so random eigentlich das Tor und marschiert dann ein. Genau, schaut sich um, wirkt so ein bisschen neugierig, aber auch genervt, schickt sie, schickt sie herum, so schwärmt aus, müssen ja irgendwo sein. Und, äh, ja, der Turm ist komplett verlassen auf jeden Fall. Also da brennen irgendwie zwei, drei Feuerchen und ansonsten ist da nichts, ne? Genau, er sieht dieses, ähm, Relief in der Wand und, ähm, und sagt halt, nein, der Elb ist hier, ich kann ihn riechen, was natürlich auch so ein bisschen animalisch dann ist. Und wir sehen ja auch, ähm, Arondi hat sich da versteckt bei einer Mauer, wo ich dachte, oh, ist er da wirklich alleine? Aber ja, er ist alleine, äh, schaltet ein paar Orks mit dem Bogen aus. Und dann, wie ich halt mir schon dachte, der Turm wird irgendeine Rolle spielen, weil er schießt mit einem Brandpfeil irgendein Befestigungsseil weg, weil anscheinend halt der Turm ist befestigt mit so bestimmten Streben und Seilen rundherum, um dem allen so mehr Stabilität zu geben. Das Zeug fällt weg und dann beginnt der Turm einzukrachen. Und das, das ist eine, das ist eine grandiose Szene, wie ich fand. Das ist ein klein bisschen, die eine, die eine Sache, die ich ein wenig, die ich ein wenig unplausibel fand, weil von wegen, ja gut, ihr hattet einen Plan, das ist alles gut, aber es ist ein bisschen zu convenient, weil, ähm, Arondi springt halt, ähm, von der Mauer runter zum Tor und dann tritt da ein, ein Felsen weg, welcher dann einen Balken vor das Tor, ähm, und halt quasi zieht. Also dann, dann blockierte da mal die Tür und das ist so ein bisschen, ja gut, das kann, das kann funktionieren, aber halt, du verlässt dich da ganz schön so ein bisschen auf das, auf das Glück, was wenn da, es ist ein klein bisschen, klein bisschen so, ja okay, alles oder nichts, so gesehen. Und ja, das, ich meine, das ist nicht der einzige, das einzige Medium, das das macht. Also ich, ich weiß nicht, warum ich mich da überhaupt jetzt beschwere, aber das ist mir irgendwie nur kurz aufgefallen, wo ich dachte, oh shit, das hätte auch schief gehen können. Äh, ja, das ist so ein bisschen, also, was mir durchaus gefällt, also, wir waren ja letzte Woche, äh, schon irgendwo ein bisschen am Rätseln, was das jetzt mit dem Turm, äh, auf sich hat und, äh, man sieht ja schon, der ist irgendwie, ja, ich sag mal, geflickschustert, ne? Also, den, den Turm haben ja die Menschen erbaut, es kann sein, dass der auch schon mal irgendwie zerstört wurde und dass die Elben den dann vielleicht so notdürftig zusammenge, geflickt haben oder sowas, ne? Denn, weil dann wüsste Aron dir genau Bescheid auch. Genau, richtig. Mit den, mit den Sachen, ja. Also, das, das ist absolut möglich. Dann macht es da schon Sinn. Was noch kurz ist, äh, du hattest ja schon gesagt, Ada bemerkt diese, äh, Statue von, äh, ich sag jetzt mal Sauron, die da steht und, äh, Valdrek, äh, ist ja irgendwie an seiner Seite und jetzt sein neuer, äh, Adjutant sozusagen und Valdrek fragt dann direkt so, ja, sag mal, wo ist denn Sauron? Ja, was passiert mit dem? Und Ada ist so, da merkt man schon, der weiß irgendwas, aber der reagiert da nicht so wirklich drauf, ne? Also, das ist auch schon ein bisschen foreboding für das, was dann hier noch kommen wird in der Folge, was Ada angeht. Und, ja, so wie dieser Turm einstürzt und wie die Trümmer dann auch die Orks aufspießen oder erschlagen. Äh, das ist so richtig, das geht so richtig in diese Art von halt so Peter Jackson, Gore Verbinski, ähm, Details, wo man halt ja wirklich eine Strebe fliegt und spießt den Ork auf, so wie den, ähm, so wie den Priester in The Omen. Mhm. Also, ja, das ist grandios, halt, mehrere werden verschüttet. Ist beeindruckend. Ja, ja, total, der Turm halt, äh, fegt dann auch Orks weg, die dann noch so auf dem Bergkamm stehen, äh, was, was aus, äh, was aus Valdrek und Ada wird sehen wir erst mal nicht. Äh, ich schätze, wir sollen erst mal denken, dass die so ein bisschen incapacitated sind, äh, von dem Zeug, halt garantiert, dachte ich mir, ja, natürlich sind sie nicht tot. Und, ja, man, man, äh, sieht ja, wie, wie Ada dort steht und dann irgendwie Valdrek sagt, ja, großer Vater, wir müssen jetzt weg und, und dann weicht der eher so notdürftig nur den Trümmern von dem umstürzenden Turm aus. Ja. Und wo Valdrek ist, das sieht man tatsächlich gar nicht so wirklich, der taucht ja dann nochmal auf, der ist ja sehr, sehr wichtig in der Form. Genau, dann stehen, sieht man die Dorfbewohner, die sind schon, die sind weit weggegangen, haben wahrscheinlich irgendeinen Schleichweg, äh, gefunden. Ja, wobei ich mir da schon die Frage gestellt habe, ich meine, in der fünften Folge, als man die schon irgendwie mit den Lichtern so allerhemmsklamm auf, auf den Turm zumarschieren sah, da meinte dann ja irgendwie Arondi, ja, wir haben vielleicht noch ein paar Stunden. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, also Schleichweg, schön und gut, aber die waren ja wirklich mit vielen Leuten da, alte, kranke Kinder, dass die dann so weit in den paar Stunden gekommen sind, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Ja, ich denke mal, dass es da irgendwelche anderen Pfade gibt noch und außerdem die hatten. Ja, hätte man vielleicht erwähnen können. Ja, das stimmt. Ja, so wie bei, äh, bei Helmsklamm. Ah, okay. Wo dann irgendwie dieser, wo es dann irgendwie heißt, ja, hier, alle Frauen und Kinder sollen sich auf dem Gebirgspfad begeben und, und verbarrikadiert den Eingang, ne, da macht das irgendwo Sinn. Äh, das hätte ich mir vielleicht gewünscht in der fünften Folge, dann hätte man sich vielleicht diese etwas bedeutungsschwangere Einstellung von dem Turm sparen können und hätte da vielleicht auch noch, vielleicht ein bisschen, also der, der Überraschungseffekt wäre vielleicht noch ein bisschen größer gewesen, aber dann wäre es vielleicht, wäre wiederum das auch aus dem Nichts gekommen, aber ich hätte, ich hätte mir einfach gewünscht, also man, man kann es sich irgendwo erschließen, dass sie wahrscheinlich irgendeinen Geheimgang hatten oder so, aber das hätte man vielleicht mal sagen oder andeuten können, ne. Hm, na ja, auf jeden Fall sind sie da ganz weit weg und sie gehen zum Dorf zurück, was ich nicht ganz verstanden hab, wo ich mir dachte, wenn nicht eure Chancen größer, wenn ihr jetzt einfach flieht, ihr habt einen gewissen Vorsprung, vielleicht wissen sie einfach nicht wohin, keine Ahnung, aber, oder sie haben Angst, da sind vielleicht noch weitere da irgendwie, die da rumgeistern und so, und, aber ich denke halt auch einfach mal, dass sie, dass sie denken, äh, vielleicht sind da nur so wenige übrig und die machen wir dann auch noch fertig, also, könnte gut sein. Ja, ja, obwohl sie, sie gehen ja dann direkt relativ zielstäblich, äh, zum Dorf, oder das heißt, sie wollen dann zum Dorf gehen und sich für den Angriff bereit machen, wo ich mir dann auch dachte, hättet ihr in dem Turm nicht auch schon angreifen können, weil man baut ja nicht umsonst solche Festungen und wie wollt ihr euch jetzt verteidigen, äh, statt hinter einer dicken Steinmauer, äh, in Holzhäusern? Ja, ich hatte damit gerechnet, dass sie, dass sie im, im Turm bleiben und vielleicht, keine Ahnung, die, die Brücke versuchen zu zerstören oder wie auch immer, aber, naja, ähm, ist anders gekommen, wurden wir ein bisschen überrascht, aber. Ja, da, da unterwandern, da unterwandern sie ja auch irgendwo so ein bisschen die Erwartungshaltung, das machen sie ja sogar öfters in der Folge. Ja. Äh, ich kann da allerdings schon mal insgesamt sagen, obwohl hier eigentlich Sachen sind, die, die einen wirklich überraschen und vom Hocker hauen sollen, hat's das bei mir nie so richtig, was auch damit zusammenhängt, dass ich mit den Figuren halt nicht so hier richtig mitfiebern kann, aber, ja gut, da kommen wir dann vielleicht im Verlauf auch noch zu. Bevor wir dann richtig zum Dorf kommen, sind wir auf dem Meer, wo, ähm, Isildur, ähm, aufwacht, sind da unterwegs mit den drei Schiffen, wir sehen, wie Heilbrand, ähm, liegt wach und schaut ihm kurz hinterher und Isildur, und das ist diese schöne, wird diese schöne Verbundenheit gezeigt zwischen Isildur und seinem Pferd Berek, die teilen sich einen Apfel. Ja, vor allem sehen wir das Pferd jetzt endlich mal, ich mein, vorher war, glaub ich, immer nur die Rede von, oder? Nee, man hat's ja kurz gesehen, in, als, bei Isildurs Einführungsszene, wenn dann seine Schwester kommt. Ach, seine Schwester, eh, Arian, reitet darauf. Ja, das Pferd, ja, das Pferd so herzlich begrüßt anstelle von seiner Schwester. Stimmt, 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 ja. Und er geht an Deck, wo auch Galadriel ist, wo man auch einen gewissen Regiewechsel merkt, weil sie, sie, Galadriel wirkt ein bisschen anders hier, sie wirkt, und ich meine, klar, es ist auch ein gewisser Fortschritt zu vermelden, aber sie wirkt hier nicht mehr so stoisch, sie wirkt hier ein bisschen einfühlsamer, interessierter, nahbarer. Ja, ja, das fiel mir auch auf, und daran kann man dann vielleicht auch wieder sehen, dass es nicht an, äh, der Schauspielerin Morfitt Clark liegt, dass die Figur über weite Strecken der Serie bislang schwer zugänglich ist, also, ja, ich muss sagen, ich hab mittlerweile meine Probleme mit Galadriel, aber hier in der Szene ging es tatsächlich, also, bislang war es ja so, dass sie in Szenen, wo sie da mal so ein bisschen aufgetaut ist, also, Stichwort, Pferde reiten, äh, da fand ich schon unfreiwillig komisch, weil es ein zu harter Bruch war, aber hier, ja, hast du recht, das würde ich auch der Regie zuschreiben. Ich denke mal schon, genau, sie fragt ihn. Ja, sie spricht ihn an mit Soldat vor allem, ne? Ja, genau, also sie weiß nicht. Sehr militärisch direkt. Sie wurden sich anscheinend noch nicht vorgestellt, sie, ähm, sie sagt, bald wirst du's sehen, ich kann schon Mittelerde seit einer Stunde sehen, halt diese elbische Weitsicht. Genau, sehr scharfe Augen, ähm, man muss ja auch sagen, als sie an Bord des Schiffes kam, in der fünften Episode, er hatte sie da ja auch noch nicht so wirklich gesehen und war dann ja schon so ein bisschen, äh, was, was ist das denn? Ja, genau, also alles sehr, 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 sehr ehrfürchtig, schauen sie da ja alle an. Ja. Und genau, und sie reden, er redet darüber, dass er eher diese, ähm, niedere Position hat hier wegen der, wegen der Stahlarbeit auf dem Schiff und da sagt sie, ach, da, da, da macht dir keinen Kopf, das ist, das, 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 das setzt dich nicht herab, sozusagen. Er soll, er soll, äh, demütig, äh, also Demut soll er nicht verachten, weil, äh, Demut statt Hochmut hat schon so manches Königreich gerettet, da dachte ich mir dann auch so, ja, das würde jetzt eigentlich eher so zu der Galadriel passen, die wir kennen, ne? Ja, aber wie gesagt, sie ist halt auf dem, sie ist auf dem Weg dorthin. Ja, irgendwie. Zumindest ein, 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 ein wenig, sie, sie ist, äh, ja, obwohl interessanterweise durch die Begegnung mit Hallbrand, ne? Aber ja, ja, sie hat so eine gewisse, manchmal, also insbesondere in der Folge fängt sie so langsam an, sich mal selbst zu reflektieren, wobei das auf der anderen Seite vielleicht auch etwas fragwürdig ist, eben in Verbindung mit Hallbrand, äh, der ja durchaus manipulativ agiert. Äh, jedenfalls, äh, spricht sie ihn dann an, ja, warum, warum bist du denn dann hier, ne? Und er meint dann so, ja, ich wollte da einfach nur weg, die Insel da, das ist nicht mehr das wahre Númenor und das wahre, das, 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 das hat's ja eh nie wirklich gegeben und, äh, Galadriel meint dann, ja, es ist ja doch, also, die Menschen, ne, äh, sind das wahre Númenor, also da, da merkt man einfach noch, dass es noch da ist, auch dann natürlich die, die, die enge Beziehung zu den Elben und Galadriel fängt dann auch plötzlich an, also ihr, ihr, ihr fällt plötzlich auf, wem er ähnlich sieht, ne? Mhm. Und er wundert sich dann darüber, weil, äh, es hätte eigentlich immer geheißen, dass er eher seiner Mutter ähnlich sieht, die ja bekanntlich unter bislang unbekannten Umständen verstorben ist. Genau, und er sagt ja auch irgendwie, ja, das mit Númenor, wie ich's, weiß nicht, wie ich's hätte oder so, wie auch immer, existiert nicht mehr so ganz und sie auch vielleicht, vielleicht schon und wenn's halt nur in deinem Herzen ist und so, also sie macht ihm ein bisschen Mut. Ja, es ist, wie gesagt, das könnte auch aus Lothlorien stammen, so ein bisschen, ne? Mhm. Woran man auch den Regiewechsel merkt, finde ich, vielleicht ist es auch die Art, wie es ausgeleuchtet ist oder dass wir hier halt auch viel mit Gegenlicht haben. Also ich muss dazu sagen, ich hab ne große Schwäche für Aufnahmen mit Gegenlicht, er ist recht auf dem Meer, das sieht fantastisch aus mit diesen, äh, Sonnensegeln vor allem. Ähm, und auch das auf dem Schiff, das wirkt irgendwie nicht mehr so künstlich wie in den vorherigen Folgen. Ich glaube, es liegt vor allem am Licht. Ja. Dadurch halt, dass es halt, es sind ja diese, diese, so, so früh am Morgen etc., du hast nicht so viele allgemeine Hintergrundelemente und so. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das hilft dabei. Auf jeden Fall sieht er den Sonnenaufgang und wir sehen schon die Küste. Elendil erscheint ja dann und sagt dann, äh, dass er sich, äh, erstmal dran gewöhnen muss, dass die Sonne jetzt, äh, im Osten aufgeht, ne? Mhm. Und weil, weil er ist es ja gewohnt im Westen. Also halt, dass, also man merkt, er ist halt noch nie nach Mittelerde gereist und, äh, er hat aber trotzdem irgendwie ein ungutes Gefühl und meint ja, der Sonnenaufgang fühlt sich eher an wie eine Dämmerung, ne? Ja, ja, und dann, äh, halt fragt sie halt auch, was ist da mit der Mutter passiert und dann sagt er einfach nur, halt anstatt, dass wir diese große Backstory oder wie auch immer, sie sagt einfach nur, ja, sie ist ertrunken und, ähm, und geht dann weg. Dann haben wir noch eine Szene, äh, also wir, wir hören dann Miriel aus dem Off und, äh, da ist dann eine Szene, wo Elendil ihr kurz Bericht erstattet und dann sagt er, wie lange brauchen wir noch an Land, weil, äh, es ist höchste Eile geboten und Elendil sagt dann, ja, wir brauchen noch mindestens eine volle Tagesfahrt zu den Bergen und einen weiteren Tagesritt überhaupt ins Tal selber, wo das, wo ja, äh, der Kampf dann stattfinden wird wahrscheinlich. Ja, gut, eigentlich zwei Tage, ne? Es ist jetzt halt die Frage, wie das hier parallel erzählt wird. Genau, das hier ist jetzt, ich schätze mal, das hier spielt einfach nur einen kleinen Ticken früher, ähm, als da, wo wir dann in den Südland sind. Wir sehen diese, ähm, Kartenaufnahme, damit wir halt, äh, sehen, wo wir ungefähr sind. Wir sehen halt auch bekanntes Gebiet. Wir sehen den Anduin, das ist das, wo dann auch, ähm, die Corsaren-Schiffe hochfuhren. Und, ähm, wir sehen halt so ein bisschen die Gegend, glaube ich, wo dann halt irgendwann Minas Tirith stehen wird und, äh, so die Gegend, wo dann Ithilien sein wird und. Ja. Ja. Auch mit so einer, mit so einer Lupe. Die Karte an sich finde ich auch tatsächlich sehr toll. Diese Schrift, die sie hier verwenden, die wurde anscheinend extra für die Serie erfunden. Ah. Und ein Buchstabe in dieser Schrift, und ich glaube, es ist sogar hier, wo man dann den Orodroin sieht, also den Schicksalsberg, äh, ein Buchstabe sieht sehr aus wie dieses Augensymbol. Ach, tatsächlich. Fand ich sehr, sehr toll an der Stelle. Äh, wir bleiben bei toll tatsächlich. Wir haben eine schöne Überleitung, wir haben irgendwie eine, äh. Oh, die ist fantastisch. Ja, sie hat dieses, dieses, dieses Lupenglas, so einen, so einen goldenen, verzierten Ring. Ring, ja. Dann sind wir halt, mhm. Oh, ja, nice. Und dann sind wir halt auf der, auf der Stelle, wo dann im Prinzip, ja, die Dörfer sind, wir sind in den Turm und so weiter und so fort. Und, äh, wir zoomen rein und dann in diesem Ring erscheint, ähm, ganz groß, der, der Griff, der, der Schlüsselgriff sozusagen, auf den gehämmert wird. Und das ist, äh, wundervoll, so, so schön. Das ist schön, ja. Und, äh, so leicht, so, 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 irgendwie, so leicht, sowas würde Sam Raimi machen, zum Beispiel. Ja, es sind wieder, also, da merkst du wieder, hier ist jemand anderes am Werk. Und ich muss sagen, ich bin da sehr froh drüber. Ich sage nicht, dass dieser Wayne Chip einen schlechten Job gemacht hat. Aber er hatte halt so gewisse, sag ich jetzt mal, Angewohnheiten oder, oder Steam-Mittel, äh, die mir nicht ganz so gepasst haben. Aber das habe ich ja weit, weithin ausgeführt. Ne, es ist ein schöner Übergang, vor allem dann auch halt unter dem Gesichtspunkt, Arondir kloppt halt auf diesen Griff ein. Und der weiß sich als unzerstörbar und, oh ja, woher kennen wir das wohl, hm? Äh, das, das X-Ray von Amazon, das zitiert da tatsächlich sogar die Stelle, wo, äh, wo, also in Herr der Ringe, wo, also jetzt in den Büchern natürlich dann auch, wo Gandalf das, das Frodo irgendwie klar macht, dass es eigentlich keine Macht wirklich in der Welt gibt, die das zerstören kann, was Sauron geschaffen hat, ne? Ja, und, äh, Heimer da drauf rum, der Hammer zerbricht. Ja, oder, oder war es vielleicht sogar die Szene, dann wird das ja da mit dem zerbrechenden Hammer sogar noch passen. Ist das vielleicht auch die Szene aus Die Gefährten, äh, wo, wo, äh, Gimli auf den, auf den Ring einhaut in der Ratszene und seine Axt zerspringt und dann Elrond sagt, ja, äh, der Ring kann nicht zerstört werden, jedenfalls von keiner Macht, äh, die wir hier besitzen. Da habe ich nicht wirklich große Parallele gesehen. Das stand einfach, und das ist wieder halt, das ist so der Gegenteil von irgendwie, von dem, was halt Star Wars normalerweise macht, es einfach nur ist, es steht sehr schön für sich. Ja. Es ist einfach halt in dieser Szene, es ist, und da denkst du nicht automatisch an irgendwas anderes. Ja, nur solche Leute wie ich. Und, äh, wir sehen auf jeden Fall, die Dorfbewohner, äh, bereiten sich vor, die Sachen, die sie als Waffen benutzen können, werden geschliffen. Ähm, wir sehen, ähm, sie, sie schütten bestimmte Tunnels zu und decken Löcher ab. Und, ähm, man sieht, man hat, sie haben einen Plan, also, äh, man sieht halt definitiv, dass die da an etwas arbeiten. Und, ähm, Arondir, äh, steht dort, ähm, und, ähm, versucht, die alle so zusammen zu sammeln und ihnen Mut zuzusprechen. Und ich fand diesen Spruch sehr schön, wenn er dann irgendwie so etwas sagt hat. Ihr werdet alle wieder das Tageslicht sehen, dann hat er diesen, diesen Zusatz. Glaubt ihr daran? Mhm. Ähm, und, äh, das, 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 das fand ich sehr schön. Ja, das war auch durchaus eine, eine ganz, äh, gute Szene eigentlich. Also, die war, die war mir auch nicht so pathetisch tatsächlich, weil sowas kann ja sehr schnell zu Braveheart werden, ne? Ja, und ich meine auch, halt bei Herr der Ringe gab's pathetische Reden, aber das ist halt super episch. Ja. Und, ähm, das hier ist eine kleine Version davon. Ja, ja, das ist so ein bisschen, also, das, das war okay. Was noch wichtig ist zu Arondir, äh, also, er stellt ja fest, er kann den Griff nicht zerstören, und er will ihn verstecken, und keiner darf es aber wissen, nicht mal Bronwyn, die da irgendwie daneben steht. Mhm. Äh, und Bronwyn ist ja auch tatsächlich, also, er und Bronwyn haben ja hier mehr oder weniger das Kommando übernommen, also, die, die, äh, lassen hier Waffen schmieden, Bronwyn macht da auch irgendwas mit Öl, was man sieht anscheinend, also, die versuchen sich halt mit dem zu wehren, was sie können, wobei ich mich dann schon gefragt habe, auch, dass die plötzlich so viele Waffen haben. Ja, gut, vielleicht sind sie auch deshalb ins Dorf gegangen, aber ich meine, das ist ja, das ist ja irgendwie schon ein relativ heimeliges Dorf gewesen, wo jetzt auch keine, also, die einzigen Soldaten, die da waren, waren eigentlich Elben, und dass die Elben denen erlaubt haben, so viele Waffen dann dazu zu beherbergen. Wie gesagt, das sind nicht größte, das sind größtenteils Sachen, die benutzen sie für zum, zum Anbauen von Sachen. Ich glaube, da sind, da sind Forken, du hast dort Sicheln und so weiter, halt solche Sachen, die da für die Landwirtschaft sind. Einzig und allein, so eine der einzigen, so richtigen Waffen, ich glaube, Theo kriegt ein Speer, was mir halt aussieht wie eine Jagdwaffe, weil man ja, weil sie etablieren, dass es dort Jäger gibt. Und entsprechend haben sie dann ja auch Pfeil und Bogen hier und dort, also halt von wegen, ja, die sind zum Jagen. Und diese funktionieren sie dann eben um. Und ja, also, ich schätze auch mal, dass sie halt bestimmte Sachen vielleicht so ein bisschen umgebaut, zweckentfremdet haben. Aber das sieht auf jeden Fall aus wie ein ordentlicher Speer, den Theo dort kriegt. Er soll nicht mitkämpfen, er soll mit den anderen in die Schenke und dort auf sie aufpassen. Das wird ihr Rückzugsort, ihre Festung. Ihr Bergfried, sagen sie an einer Stelle sogar. Genau, und dann spricht sie ihm noch Mut zu. Also, kurz zur Strategie. Also, laut Aaron Deer wollen sie halt ihre Stellung als Vorteil nutzen. Und für das, was sie vorhaben, müssen sie den Feind sehr, sehr nah an sich heranlassen. Und zwar so nah, also man hat das ja in der ersten Folge gesehen, dass Aaron Deer über so eine Brücke gegangen ist nach Tierharad hinein. Und alle Orks müssen erst über diese Brücke marschiert sein. Und die kommen ja auch erst bei Einbruch der Dunkelheit. Deshalb haben sie ja auch relativ viel Zeit, das hier zu befestigen. Ja, Theo, der soll sich halt in der Schenke verschanzen, wie du schon gesagt hast. Dort wollen sie ja diejenigen beherbergen, die nicht kämpfen können. Und es hatte für mich auch sehr was von Eowyn irgendwie in Helmsklamm. Ja, das auf jeden Fall. Und auch eben die Tatsache, dass du hier keine Kämpfer hast. Und das hat mich eben sehr, weil das berührt mich auch tierisch in die zwei Türmen, wenn du da die Alten und die Kinder, wie die da eingezogen werden. Das ist eine unfassbare Szene. Und hier hatte ich einen ähnlichen Effekt, wo man da halt sieht, wie die sich da dann voneinander verabschieden und so. Ich denke, einige von denen werden sterben und so. Das ist halt so, sowas nimmt mich sehr mit. Ich bin da eine sehr empathische Person. Ja, es war, also mich hat diese Montage da tatsächlich auch dran erinnert. Es geht dann ja, also die wird ja dann auch untermalt so davon, dass Theo dann irgendwie sagt von wegen, also hier zu seiner Mutter Bronwyn, weißt du noch, als ich irgendwie als Kind einen Albtraum hatte und du mich dann irgendwie festgehalten und mir das und das erzählt, dass von wegen der Schatten wird vorüberziehen und so weiter und so fort. Genau. Ja, das ist sehr ähnlich geschnitten. Ja, man merkt, sie haben sich auch, sie haben sich an der Szene da aus dem Jackson-Film schon orientiert, glaube ich, an der Stelle. Ja, ja, aber auf eine gute, nicht aufdringliche Weise. Durchaus, ja. Ihr geht dann genau, wir sehen da, Leute verabschieden sich von einer, ach Gott, dann machen wir einen kleinen Sprung und Aron dir ist mit Bronwyn am Brunnen und dort macht er das und dort gibt er ja auch diese, diese Samen und dort wird es dann und uns dann halt der Hintergrund davon gegeben, warum wir das am Anfang gesehen haben. Genau, diese Alphirinsamen, die sie ihm in der allerersten Folge gegeben hat und die sie irgendwie eigentlich zerstampft zu einer Salbe. Ja. Also sie ist ja eine Heilerin bekanntlich, davon sehen wir leider irgendwie nicht wirklich viel, was ich sehr schade finde. Naja, ich meine, wir sehen in dem Sinne halt, ich meine, da wird ja die Kuh zu ihr gebracht und dann hier später halt, wir springen hier ein bisschen vor, aber dass die halt, dass sie weiß, was zu tun ist, wenn sie dann verletzt ist. Gut, sie ist natürlich auch später außer Gefecht gesetzt, aber ich hätte, also, ja, gut, ja, Verletzte gibt's ja hier noch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es, äh, Aron dir weist sie daran ein, dass es eine elbische Tradition ist, also, dass man vor Schlachtbeginn irgendwas einpflanzt. Ist das im Buch oder ist das irgendwo in den Anhängen oder irgendwo? Äh, da hab ich jetzt tatsächlich nicht nachgesehen, es könnte aber gut sein. Er spricht dann auf jeden Fall, dass das, äh, äh, ein Tribut an eine Vala ist, äh, die lebende Dinge wachsen lässt und auch alle beschützt, die sie hegen und pflegen. Da merkt man halt auch, wie der ist ein Waldelb. Ich hab tatsächlich jetzt wirklich nicht im Kopf, aber es ist gut möglich. Also, es würde, es, es passt auf jeden Fall sehr gut zu dem auch, was, was, was Tolkien über Waldelben geschrieben hat und so, ne? Das ist eben das Ding. Es ist, es wirkt, es wirkt halt eben sehr Tolkien-esk, aber wenn es das nicht ist, dann ist es definitiv in, in seinem Geist dazu gedichtet. Ja, das ist, das passt ähnlich, zumindest vom Gedankengut, wie, äh, letzte Woche hier dieser Kampf, äh, äh, Balrog gegen Elb, ne? Ja, oh ja, genau, genau, richtig. Das ist, das ist eben das Coole halt bei den, bei bestimmten Zusätzen, ähm, bestimmte Zusätzepatschen vielleicht besser als andere, aber genau diese Sachen, wo man halt denkt, nö, wenn man überhaupt gar nichts darüber weiß, dann sticht das nicht heraus. Das ist auch, das kann ich auch noch ergänzen, diese Szene letzte Woche, äh, die ja, äh, sehr so eine Zack-Snyder-Ästhetik hatte, die, äh, ist tatsächlich auch eine Anspielung, äh, gewesen auf Glorfindel. Oh. Also, äh, den Elb, äh, Glorfindel, der wird jetzt, äh, vor allem Leuten, die nur die Filme gesehen haben, nicht sagen, Glorfindel ist der Elb, der eigentlich Frodo an der Bruinen fuhrt, also, äh, wo er da flüchtet vor den Ringgeistern zu Hilfe kommt. Und, äh, er wird hier auch einmal noch mal zitiert, äh, dann in der Kampfszene, sagt dann nämlich, glaub ich, äh, Galadriel Norolim Asphalot. Oder auf jeden Fall Norolim. Galadriel Norolim, genau, was du weißt, wie. Genau. Ride swiftly oder wie auch immer, halt auf jeden Fall schneller, schneller. Reite, reite geschwind, genau. Und dass, dasselbe sagt auch Arwen, äh, in der Szene, also im, 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 es ist schon interessant, sowohl in dem Bakshi-Film, als auch, äh, äh, bei Peter Jackson haben sie die Figur beides mal ausgetauscht. Im Bakshi-Film ist es, glaub ich, Legolas und halt bei Jackson Arwen, ne? Das ist, das ist so mega cool, halt, das, das haben beide Filme halt wirklich gemeint, so, wo die halt super schlau waren. Nö, nehmen wir hierfür eine Figur, die später noch wichtig wird. Und stellen sie damit dann hier so direkt vor. Das ist super clever. Also, das ist halt eben eine auch von diesen Incenses, wo sie dann halt wirklich, da, wo es, da, wo es geht, versuchen wir es irgendwie zu verbessern, das Material. Und das haben sie in dem Fall echt gemacht. Ja, obwohl, äh, was dann weniger gelungen ist, dass Legolas in dem Bakshi-Film, äh, äh, halt als Waldelb schneeweiß gewandelt ist, das ist ... Das ist, ich meine, über Design kann man halt streiten, aber halt die, was halt eben zählt, ist halt dieser, dieser Einfall, das Manö, stellen wir Ihnen jetzt hier direkt vor, weil er später noch eine Figur ist. Wir können ja vielleicht irgendwann mal, äh, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das möchten, weil wir werden ja vielleicht auch, äh, demnächst im Rahmen von Twitch öfters mal Audio-Kommentare machen, äh, vielleicht können wir dann ja mal den alten Herr-der-Ringe-Film da besprechen, wobei ich muss sagen, ich mag den leider gar nicht. Es ist, es ist, ich finde, da gibt's definitiv halt Sachen, die man anmerken kann, die irgendwie interessant sind. Insgesamt ist er nicht gut, aber ich hab ein grandioses Analyse-Video zu dem Ding gesehen, wo da eigentlich alles gesagt wird, was man wissen muss. Ihr könnt uns, äh, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt, äh, mal gucken. Ja, äh, auf jeden Fall ist dann hier auch noch so ein, so ein kleiner Patchwork-Gedanke mit drin, weil er sagt dann nämlich, ja, die restlichen Samen, die pflanzen wir dann gemeinsam mit Theo ein, wenn die Schlacht vorüber ist. Also, da merkt man, die rücken jetzt halt wirklich zusammen, ja, wie, wirklich wie so eine Patchwork-Familie. Und, äh, sie küssen sich endlich mal. Ja, genau. Wo ich halt auch nicht genau weiß, ist das jetzt das erste Mal oder wie auch immer es auf jeden Fall ist das erste Mal, dass wir es sehen. Aber ich denke, ach, schön, schön für sie. Schön für sie. Ja, es ist, ist okay, ja. Ja, ich muss sagen, also Bronwyn als Figur ist, ist okay mit Aaron, die habe ich halt so meine Probleme, wobei der in der Folge hier zumindest mal ein bisschen, äh, mehr Profil jetzt hat's. Äh, jedenfalls wird es dann Nacht so langsam. Es ist auch relativ still und man merkt, sie sind bereit. Es ist wirklich so, äh, hier bei, bei Herr der Ringe würde es heißen, es ist das tiefe Luftholen vor dem Sprunge. Ja, es ist halt wirklich halt, wir sind, alles ist still, alle gucken, alle beobachten. Ja. Äh, wir warten, das ist halt genau, es ist halt genau so, so ein Szenario, wie wir es schon öfter mal gesehen haben. Und irgendwann richtig cool, wie dann erst eine Fackel taucht, wenn ich mal auf, dann viel, und es wird so begleitet von diesen so leichten Musik, diesen leisen Musik-Stingern. Mhm. Kann ich auch sehr gut. Ganz, 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 ganz wundervoll gemacht. Klingt tückisch, genau. Die kommen da über den Hügel und da sehen wir auch Scheiße. Da haben ja doch noch so einige überlebt und es sind definitiv immer noch ein paar Hundert, die da angestiefelt kommen. Aron Deer hat sich dann, ich glaub, hinter innen eine Mauer verschanzt. Bronwyn versteckt sich ja auch irgendwo und hantiert dann mit einem Feuerstein. Die Orks, die kommen dann halt wirklich schon, ja, zumindest in das Dorf wirklich schon reinmarschiert. Und da hab ich mich dann auch so gefragt, ich mein, ihr habt jetzt jede Menge Fackeln und da stehen nur Holzhäuser. Warum brennt ihr eigentlich nicht irgendwas nieder? Ihr könnt euch doch wahrscheinlich denken, dass sie sich in den Häusern verschanzt haben. Also warum versucht ihr, die nicht auszuräuchern oder dadurch schon zu töten? Ich weiß nicht, ob die Orks vermuten, dass die dort sind. Ich glaube, die kommen erst mal einfach dahin zurück, weil es ja quasi auch so mit Teil ihr, ihre Basis war. Und jetzt kommen sie da erst mal zurück vielleicht, um sich neu zu sammeln. Wir sehen auf jeden Fall, dass da eine, eine Abwesenheit von Anführern ist. Wir sehen erst mal, äh, weder Ader noch Waldreg oder irgendwen sonst. Also halt, wo ich halt dachte, und nämlich, ähm, man sieht da ein paar Orks so etwas zwischen sich tragen und ich hab dann jetzt später gesehen, ach so ist ein Rambog. Ich dachte erst, es wäre eine Bahre und darauf lege dann Ader. Okay, das, das wär was gewesen. Das wär wirklich was gewesen. Oh shit, und so von wegen, oh ja, er wurde verletzt und sie tragen ihn jetzt dorthin und er ist in einer Schwächeposition. Auch noch mal generell zu den Orks, weil hier dann auch Szenen sind, wo Bronwyn sich dann irgendwie versteckt und die Orks fast schon an ihr vorbeilaufen. Äh, wir hatten ja diese Plansequenz da gelobt, äh, in der dritten oder vierten Folge. Mhm. Die ja auch, äh, handwerklich wirklich toll gemacht war, keine Frage. Aber, äh, ich muss sagen, ich hab dann so überlegt im Nachhinein und es hat dann auch so dieser Kanalmythen aus Westernis in seinem Recap gemeint, also die Jungs da, äh, großartiger Kanal, kann ich nur empfehlen. Und die hatten dann gemeint, eigentlich ist das unrealistisch, dass sie ihn nicht gefunden haben. Die hätten ihn eigentlich auch, die riechen ja auch Menschenfleisch. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel mal überlegt, wo Sam und Frodo da Kirit Ungol hochsteigen, da riechen die Orks sie teilweise auch auf mehrere Meter Entfernung oder sogar Kilometer. Also eigentlich hätten die hier entdeckt werden müssen und Theo in Folge so und so auch schon. Ich denke mal, aber die Tatsache, dass da ja Ewigkeiten Menschen gewohnt haben und rumgelaufen sind und so, dass das dann eben das vielleicht ein bisschen, ähm, abschwächt und sich, und sich vermischt. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Weil du riechst zum Beispiel halt keine Ahnung, wenn du halt jahrelang in einem bestimmten Haus gewohnt hast und, ähm, mit Hunden, dann riechst du nicht irgendwie stärker einen deiner Hunde, nur weil er mal da ist oder dann eben nicht. Ich, also so, und mit dieser Logik erklär ich mir das ungefähr. Na. Und außerdem war er ja auch, ähm, war er ja auch ganz lange im Wasser. Und, äh, vielleicht hilft das ein bisschen, das, das abzudecken. Äh, wer war jetzt im Wasser? Der Theo. Der Ork? Nee, Theo, als er dann aus dem Brunnen kriecht. Ach so, ja, ja, gut. Ich hatte es jetzt auch mehr auf die, auf die Szene mit, mit Bronwyn, äh, bezogen hier. Weil die, äh, marschieren wirklich schon an, an ihr vorbei. Die, äh, versucht er dann irgendwie mit einem Feuerstein, ja, eben Feuer zu entfachen. Die hat ja da, man hat das ja schon gesehen, die hat da irgendwie so einen Karren mit Heu, wo sie anscheinend irgendwie, ja, weiß ich nicht, Thea oder, oder Öl oder was weiß ich, reingekippt haben. Ja. Und das will sie dann entflammen. Das haut dann aber nicht so wirklich hin. Denn einer der, äh, Orks greift sie an. Der, äh, tötet dann auch, äh, eine ihrer Mitstreiterinnen, äh, bevor Bronwyn ihn dann tötet. Und erneut, wirklich ganz schön brutal. Ja, und das ist erst der Anfang. Ja, ja. Die haben auch vorher ja ein paar aufgespießte Orkköpfe gesehen, die sie da so dann hinstellen als Abschreckung. Und, äh, ja, aber halt, ja, sie, auf jeden Fall, sie, sie schafft es, den Ork zu töten und fackelt das ab. Und ich wusste halt schon, worauf das hinaufläuft. Halt, sie wird dann wahrscheinlich mit dem Wagen da den, den Weg versperren wollen. Ähm, den Weg zur Brücke. Das hat mich alles sehr erinnert. Das ganze Szenario hat mich sehr erinnert an das Remake von The Magnificent Seven. Ähm, welches, welches ich auch ziemlich solide finde, tatsächlich. Ich fand das, ich fand das ziemlich, und der war auch nämlich überraschend brutal für einen PG-13. Äh, genau, und sie schaffen es, äh, der, der, der Wagen, äh, fährt dorthin und erst mal einer der Orkserhase hat uns verfehlt. Das war gut. Da kommt noch ein anderer, das war so gut getimed, da kommt noch ein anderer Wagen, fährt ihn über den Haufen und die Orks sind jetzt eingeschlossen in so einem, äh, Flammenring im Prinzip und von den Häusern. Und dort geht dann erst mal der Plan auf, wo sie von den Dächern aus, ich glaube, ja, Arondir ist auf dem Dach der, der Taverne. Und von dort aus, ähm, schießt er auf die Orks, genauso wie die anderen. Die Orks schießen aber zurück, schaffen es dann auch, ähm, eine, eine Brische zu schlagen und da aus diesem Feuerring erst mal rauszukommen. Da hab ich aber auch überlegt, ich mein, das sind stinknormale Dorfbewohner. Äh, die sind jetzt bestimmt auch nicht die besten Bogenschützen. Also, es sind ja doch nur ein paar Leute und wie gesagt, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es halt dann diejenigen sind, dann wer kann mit einem Bogen halbwegs umgehen? Wer, vielleicht hätten die noch mal zeigen sollen, wie sie das ein bisschen, ich meine, sie haben ja gezeigt, dass zum Beispiel Theo mit einem Bogen übt in der vorigen Folge und ich schätze mal, dass sind einige andere auch. Aber wie gesagt, einige davon sind Jäger und es sind ja auch wirklich nur ein paar Leute, die da oben sind. Ja, es ist wirklich nur so, das ist eigentlich so ein letztes Aufbäumen, ne, irgendwo. Ja, genau. Und in der, in der Not da, und vor allem, die stehen ja auch ziemlich dicht gedrängt, als selbst ich würde da irgendwas treffen. Ich wundere mich dann aber auch, warum die, also du hast ja schon gesagt, die Orks haben einen Rambock und wollen, äh, wollen zur Schenke und wollen natürlich das Tor einrammen. Aber jetzt mal ehrlich, eine Schenke ist keine Burg. Also, dieses Tor dürften die eigentlich locker aufkriegen, wenn sie sich alles mal, alle mal ein bisschen dagegen stemmen oder nicht? Ja, aber wie gesagt, die Orks haben sich ja auch gedacht, wenn da, wenn da Leute sind, dann werden die das sicher irgendwie fabrikiert haben. Das ist ja auch wirklich kein großer Rambock, das ist diese Art von, der ist nicht sehr viel größer als dieses Zeug, was Polizisten heutzutage benutzen. Ja, aufmachen, Drogenverhandlungen, ja. Dann eher bei den Hobbits, ne? Ja, auf jeden Fall schaffen sie es bis zur Schenke, aber bevor sie überhaupt noch die Tür anrühren können, kommen, ähm, die Dorfbewohner von der Seite, also quasi die Nahkämpfer und, ähm, stürzen sich da in den Kampf gegen die Orks. Oben, ähm, wird der, äh, Gefährte von Arondir, der da mit ihm oben auf dem Dach war, äh, wird getötet und Arondir wird mit so einer Kette, irgendwie eine, 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 eine Kette mit einem Haken erwischt ihn und er fällt zusammen mit den beiden Orks dann runter. Ja. Dann, äh, ja, schafft er es, äh, einen von denen noch zu töten und ein sehr schöner Moment, wo er mit dem Rücken stößt, er plötzlich gegen diesen Riesen-Org. Ja, und, äh. Der schwer atmet, der schwer atmet und wirklich ein richtig dicker Hauer ist. Das ist wirklich, also, das ist wirklich halt, äh, Wrestler-Ausmaße, der Typ. Ja, der ist, der ist größer als Arondir selber auf jeden Fall. Mindestens einen Kopf größer, ja. Und Arondir wirkt auch, wirkt auch ein bisschen, ach du Fuck, also wirklich halt das erste, Ja, 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 ja. Äh, das ist ein erster Blick dann. Ja, genau, was, was folgt dann, ist ein wirklich nicer, etwas, was ich auch schon im, im zweiten Hobbit, äh, mochte. Da muss ich auch dran denken. Da gibt's diesen Moment, wo halt Legolas ja wirklich quasi sich einen Faustkampf liefert mit Bolg. Ja. Und hier ist eben der Vorteil, hier ist, hier ist es praktisch, äh, man kann mehr sehen, es ist nicht alles irgendwie so verwaschen CGI. Und eben auch ist es so, äh, mehrere, äh, Kameraeinstellungen so zusammengestitcht. Es hat so etwas von so einer, äh, Kingsman-Dynamik hier. Ähm, das, das fand ich richtig, das war richtig, richtig schön gemacht, wo man halt immer, ja, man sieht, hier irgendwo haben sie die Cuts, also irgendetwas. Wir sind immer vor der Kamera, aber die Kamera geht ein bisschen weiter an irgendwas ran. Aber es ist, es ist nice, halt, so etwas kennt man noch nicht so richtig aus, aus dieser Welt. Und das ist, das ist stilistisch gut, ähm, es ist, äh, es ist heftig. Es ist roh, es ist unglaublich roh, also der schmeißt ja Arondir auch mehrere Male irgendwie in, in kleine Barrikaden oder so, also wirklich fast schon wie so ein Wrestler. Ja, gegen Mauern, gegen Streben, gegen den Brunnen. Gegen den Brunnen, genau, vor allem gegen den Brunnen. Also Arondir liegt dann auch wirklich auf dem Boden und, äh, dieser Ork ist dann über ihm und der hat aber anscheinend, und das hat den wohl auch nicht umgehauen, der hat, äh, ne, ne, ne Klingel in seinem Auge stecken. In seiner Augenhöhle auf jeden Fall. Ja, oder irgendetwas, irgendein Stachel, halt irgendetwas längliches, scharfes, spitzes. Und währenddessen sehen wir auch ein paar andere Dorfbewohner dort kämpfen, einige sterben halt, die scheuen sich nicht, nee, hier, hier, hier sterben auch Frauen. Also, es ist, es ist, es ist furchtbar gewalttätig und dann kommt wirklich die Stelle, wo, weil dann halt irgendein Arondir schafft es ihm, dieses, dieses, diesen Dorn ins Auge zu rammen, ähm, wird dann gegen den Brunnen gedrängt und, äh, und, und gewürgt, versucht den Dorn irgendwie nochmal tiefer zu treiben, aber der Ork zieht ihn heraus. Ja, ja, ja. In, in, in Arondirs Gesicht, während er dann seinerseits versucht, Arondir mit dem Ding ins Auge zu kriegen. Und das war wirklich der Moment, das geht bestimmt eine volle Minute. Ja. Wo die da einfach da strugglen und konstant sprudelt da das Blut raus. Und ich hab da wirklich laut gerufen und irgendwann, fucking hell. Das ist. Ja. So, so unfassbar brutal. Ja, vor allem, dann frage ich mich halt, also ich meine, für sich genommen mochte ich's ja, aber, halt wieder in Hinblick auf die Tonalität dieser Serie, beziehungsweise die Zielgruppe, an die sie sich richtet, ist es vielleicht schon ein bisschen too much. Das ist ein bisschen, das, das, das hat mich gestrikt als so ein bisschen einiges in der, in, in dieser Folge. Ja. Wo ich dachte, oh mein Gott. Weil es ist halt wirklich, das Ding ist, es ist halt, es ist halt Monster und es ist schwarzes Blut. Wäre dieses Blut rot, das Ding wäre, diese, diese Folge halt spätestens, das Ding wäre ab 16 in der Heartbeat. Ja, ja. So ohne, weil das ist wirklich halt Game of Thrones Niveau, was hier passiert. Ja, ich, ich, ich muss dann, ich muss dann auch mal, weil, äh, ich, also ich bin ja jetzt nicht der größte Aaron Deer Fan, das hab ich ja schon öfters durchblicken lassen, aber hier muss ich sagen, fand ich diesen Ismael, äh, Cruz, äh, Cordova, äh, ist ja, glaub ich, irgendwie gebürtiger Puerto Ricaner, äh, hier fand ich den tatsächlich zum ersten Mal, also hier hab ich, hier hab ich wirklich zum ersten Mal den Eindruck gehabt, dass der im Bedrängnis ist. Auf der anderen Seite wusste ich halt, und das ist, das ist so eine Kinderkrankheit, die sich so durch diese ganze Folge zieht und die ähnlich wie beim dritten Hobbit ist, du hast immer wieder diese Situation, wo, äh, ein Gegner über einem anderen hängt und du weißt ganz genau, oh, gleich kommt von hinten jemand und rettet ihn. Ja, aber hier ist halt so lange, jetzt zögern die ja so lange raus, wo ich dachte, ja, gar nicht, jetzt stirbt er nicht. Aber halt, ich dachte halt, und irgendwer wird ihn retten, aber trotzdem, das ist halt wirklich, die machen, die machen's, äh, so spannend wie möglich. Auf jeden Fall kriegt dann der Ork von hinten eine Klinge durch den Hals, Bronwen hat ihn gerettet. Auch wieder brutal, durch den Hals, weißt du, bei, bei, bei Jackson gibt's ja auch diese Szene hier in, in Kirid Ungol da, wo, wo dieser Ork da irgendwie Frodo, äh, quälen will. Und dann, dann dringt ja von hinten durch den Ork diese blau schimmernde Klinge durch. Das ist ja auch ein großartiges Bild. Und, also, ich mein, das hier ist nochmal eine Stufe brutaler als das. Also, ne Klinge durch den Hals, ey, sowas kenn ich eigentlich, wie, wie gesagt, nur aus Game of Thrones. Immer wenn halt Gewalt ist, und das hat auch eben etwas, was, was, was Jackson, äh, gemacht hat. Weil, zum Beispiel, im ersten, in der ersten Folge beim Kampf gegen den Eistroll dort, da spritzt Blut auf die Kamera. Und das ist etwas, was Jackson sehr gerne auch gemacht hat, wo er wirklich im zweiten hobbelt, da fällt ein abgeschlagener Kopf auf die Kamera. Ja. Und ich mag, ich mag es, wenn sie jetzt sowas machen. Das sind halt diese, das sind diese, diese, dieses Sam Raimi-artigen Einfälle, die ich halt, die ich halt super gerne mag, wenn sowas so in so Mainstream-Sachen vorkommt. Und, äh, nachdem sie den Ork getötet hat, sieht man auch, oh, die anderen haben es auch geschafft. Mmh, und man denkt sich so, das war's jetzt schon, das ist der große Kampf, der ist schnell vorbei. Äh, was man übrigens zwar zu dem Ork sagen muss, äh, der wollte ja wirklich so Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, Aaron dir auch das Auge nehmen, ne? Oh ja, ja. Also, wortwörtlich, Auge um Auge. Ist schon krass. Da merkt man auch, die sind jetzt keine, keine willenlosen, äh, Kampfmaschinen, sondern haben durchaus, das, das war ja schon wirklich, also, der wollte, der wollte ja wirklich gezielt Rache nehmen an ihm, ne? Ja, 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 es ist halt echt, weil, so ein ähnliches Szenario hast du ja auch mit Aragorn und, äh, Lurz gehabt, Mmh, in die Gefährten. Oh ja. Wo das ja auch halt so auf kurze, also, wo sie auch so ein bisschen so in ihre, so, 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 so ein bisschen nähereinander kommen und dann halt, äh, so Faustschläge austeilen und so. Also, ja, diese, diese körperliche, so, so was Körperliches. Und das mag, und ich, ich mag das tatsächlich an dieser Serie, dass sie dann halt eben bei der, weil, lustigerweise, ich hab nachgeguckt, weil ursprünglich war doch die fünfte Folge ab sechs, das haben die geändert jetzt. Ja, das hab ich auch gesehen. Äh, ich hab aber so mal noch den Screenshot, den ich dir geschickt habe. Ich habe also einen Beweis. Haha, sehr gut. Was war hoffentlich nicht der einzige, ja, aber das war, das ist sehr interessant. Da könnte es Theater gegeben haben. Oder vielleicht, ähm, gab's einfach, vielleicht war's einfach ein Fehler. Vielleicht war's einfach nur, oh, scheiß, wir haben das Falsche eingetragen. Kann auch sein, aber stand wirklich, stand wirklich eine ganze Woche, glaub ich, da. Es würde mich nicht wundern, wenn das hier nachträglich dann noch zu, ab 16 geändert wird. Das könnte gut sein, weil sie sind hier, also für FSK 6, äh, äh, 12 gehen sie hier schon wirklich weit. Und man darf nicht vergessen, du hast es ja auch gerade eben schon gemeint mit dem Blut, äh, in den Kinofassungen von Herr der Ringe. Ja, da hast du auch viel Brutales, vor allem hier bei, bei, äh, Barlins Grab in die Gefährten. Äh, da hast du im Extended Cut halt, äh, wie Aragorn ein Ohr köpft und dann da irgendwie noch Blut raussprudelt. Das ist übrigens auch in der Kinofassung. Ah, okay. Ja, aber dann haben sie das Blut da, glaub ich, entfernt oder so was, ne? Ich glaube nicht, ist es wirklich immer exakt da, ja, weil die, der ab 16 Cut von die Gefährten ist nicht so brutal wie das hier. Es ist schon, es ist schon sehr interessant. Ja, aber auf jeden Fall, äh, scheint der Kampf vorbei, ähm, die Toten liegen dort und dann entdeckt Aron dir etwas ganz Furchtbares. Und zwar, dass sie nicht nur Orks getötet haben, sondern dort, ähm, unter den Helmen und Masken stecken auch, äh, Dorfbewohner. Ja, welche, die halt diejenigen, die dorthin gekommen sind, um sich mit, äh, Adar zu verbünden. Also, das, das haben sie auch gar nicht, äh, das auch gut inszeniert, weil er sieht ja erst so diese Leichen, wird so stutzig und dann sieht man so, ah ja, menschliches Blut. Dann dachte ich mir auch so, hat der das vielleicht eventuell noch nie gesehen oder so, ne? Ah. Als Elb. Also, das steckte für mich da so ein bisschen drin, aber dann halt so diese Erkenntnis, ja, und, äh, ja, ich muss sagen, ich fand das ein bisschen, also da, da steht dann, glaub ich, dieser, ach, wie heißt der denn jetzt noch mal? Dieser andere Mensch da, nicht Waldweg, sondern, äh. Ja, dieser, dieser kräftigere Bauer, der Typ, glaub ich, der mit der Kuh kam in der ersten Folge. Tretwill oder so ähnlich heißt der. Ja. Äh, der muss es dann leider, also, ach, das. Ja, das mochte ich auch nicht, das mochte ich auch nicht, das ist halt, ja, wir sprechen's noch mal laut aus. Ja, das, äh, ja, das ist halt wieder, da merkst du halt, die Serie traut an den Stellen dem Zuschauer leider nix zu. Weil das Ding ist halt, sie machen's doppelt, weil dann sagt ja der Ork, äh, da ist ein Ork noch kurz im Leben und er sagt dann halt, ja, wir brauchen sie ja, für, wir müssen sie ja für irgendwas benutzen irgendwie. Genau, wir haben die doch nicht umsonst bei uns aufgenommen. Genau, ja, und das, das reicht schon. Das, das ist, das ist viel, das ist viel besser. Das mit dem Ork wär besser gewesen. Ja. Ja, nur das. Verlasst euch nur auf das, genau. Das hatte auch sehr was von die zwei Türme, ne? Ja, oh ja, genau, ja, darum muss ich direkt denken. Und, äh, ja, und das ist natürlich erschreckend. Wobei ich das, die, die Szene, die find ich fast schon unfreiwillig komisch, weil dieser Ork irgendwie eine total hohe Stimme hat. Und, äh, Gimli dann irgendwie über ihm steht so mit der Axt von wegen so, ja, sag mir, was passiert ist, dann erleichtere ich dir deinen Abschied. Der, ich mag das Design von dem so gerne. Oh, der, das ist, ja, ja, das ist, ja, ja, das ist, stimmt, das ist Jett Brofi gewesen, ja. Und grandioses, so grandioses Make-up-Detail, äh, bei dem, wo dann halt alles so, wo man sieht, oh Gott, den hat volle Kanne mal einen Wrack Rankenschlag erwischt im Gesicht und das ist so notdürftig gepflegt mit diesen, mit diesen, mit diesen, mit diesen Eisenplatten. Ja. Oh, das ist echt mit Abstand eine, 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 eines der ekligsten Designs. Ja, der sieht richtig ekelhaft aus. Und wie der dann auch stirbt, so, ne, das ... Ich hatte den als Actionfigur. Oh, geil. Auf einem Wagen. Ja, der ist ja irgendwie der Anführer der Waagreiter, ne, glaube ich. Ja, genau, das ist der Anführer. Dann auf jeden Fall ... Weil das ist ein verstörendes Konzept. Mehrere Leute werden aufgedeckt und fuck. Also, im Prinzip halt, wir haben hier unsere Nachbarn und Freunde und so getötet. Hiermit unter ein paar Gesichter hab ich halt auch erkannt von irgendwie der ersten Folge. Da gibt's ja so ein paar Close-Ups von ein paar Leuten. Da denk ich, oh, ja, okay. Oh, shit. Also, das ist echt heftig. Und bevor die überhaupt noch richtig das betrauern können, kommen Pfeil aus der Dunkelheit geflogen und treffen mehrere Leute. Treffen diesen Treadwell, der wird getroffen. Aaron, dir kann sich noch mit so einem Schild schützen, aber vor allem Bronwyn wird getroffen. Genau. Und ich habe drauf geachtet, ich hab die Folge ja wie immer zweimal gesehen. Und ich habe drauf geachtet, sie wird von zwei Pfeilen getroffen. Und später ist es dann aber nur noch einer. Ja, ich dachte auch, ich hätte da zwei Pfeile fliegen sehen. Ja, und auch zweimal eine Reaktion von ihr. Ja, ich weiß nicht genau. Das ist irgendwie eine Ungereimtheit gewesen an der Stelle. Vielleicht ist der eine irgendwie da ins Bein gegangen oder so. Und ich weiß nicht genau. Ja, muss sein, die Szene hat mich so ein bisschen kalt erwischt tatsächlich. Zumindest beim ersten Mal. Ja, aber ich dachte, oh, shit, nein. Weil, ja, das ist glatter Durchschuss. Also, die Spitze ragt vorne raus aus ihrer Schulter. Herz knapp verfehlt, schätze ich mal. Genau, andere Leute werden getroffen. Sie werden hineingetragen. Da kommen die Orks aus dem Wald. Sie liegt drinnen auf dem Tisch vor sie. Und sie sagt, kümmere dich erst um den anderen. Aber der ist schon tot. Und dann Theo, ja, fuck. Und dann sagt sie, ja, du musst das machen. Weil ich schätze, weil man hat in der ersten Folge, wo er ja kurz hilft, irgendwie da etwas da vorzubereiten. Und wo man halt sich dann denken kann, na ja, gut, natürlich, sie hat ihm da Sachen beigebracht und so. Und er fühlt sich absolut nicht dazu bereit, das zu machen. Und dann ist es auch noch seine Mutter, ach Gott. Und ja, das Blut sprudelt da aus ihrer Schulterwunde raus, tropft auf den Boden. Also erst mal, also die knapsen ja irgendwie den Pfeil vorne ab. Also der ist ja wirklich gerade durch ihre Schulter gegangen. Ja, und natürlich, da muss man abbrechen, wegen der Widerhaken. Genau, den muss man abbrechen, rausziehen. Das ist schon, also Bronwyn muss dann da auf Holz beißen. Und dann blutet das wie Hacke. Und ich dachte mir wirklich, alter, FSK 12, sag mal, seid ihr so langsam echt durch? Es ist halt echt, nein, und ich mag das halt. Das ist halt, aber es ist wirklich ... Ich mag es, ich mag es auch. Ich sehe es aber halt kritisch im Hinblick darauf, für welche Zielgruppe die Serie vermarktet wird. Und weiß nicht, also ich hab auch schon Eltern irgendwie auf ... Oder jetzt auch irgendwie in Kommentaren auf Twitter etc. hab ich auch schon Leute erlebt, die das mit ihren Kindern gucken. Weil da sind ja irgendwie die lustigen Hobbits, mit denen das ja in erster Linie beworben wurde. Und dann denk ich mir so, also das hier, also spätestens hier sollte wirklich ausgemacht werden. Eigentlich auch schon bei der fünften Folge. Weil das ist hier wirklich nichts mehr für Kinder. Das ist wirklich fast Game of Thrones-Level. Ist halt wirklich, ja, das ist schon krass. Und halt ... Ich mein, hier wird jetzt auch dann die Wunde, die schließen sie, also sie haben dann diese Alferinsamen. Das ist ja im Nachhinein dann auch gar nicht schlecht geschrieben hier. In dem Blick auf ihren Charakter und Aaron dir. Aber sie schließen dann wirklich die Wunde mit Feuer. Also sie nehmen wirklich ein brennendes Holzscheit und müssen die ausbrennen. Oder zu, zu ... Weiß nicht, wie man das nennt, keine Ahnung. Genau, ja, sie müssen es ausbrennen, ja. Ja. Und dann sieht das aus, als hätte sie es kurz nicht geschafft. Sind alle furchtbar am Boden zerstört. Never ever bin ich ... Also da war ich echt so, lass das doch, wir wissen doch, dass sie nicht tot ist. Ja, dann wacht sie aber auf zur Erleichterung aller. Also sie hat es gerade noch geschafft. Aber dann kommen von draußen die Orks. Und wir sehen dann auch wieder ... Nampat, 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 Nampat. Jo, Ada ist dort. Ja. Die Orks kommen wieder mit dem Rambok, brechen die Tür auf. Und dann kommt eine große Gänsehaut-Szene. Mhm. Wo wir dann über den Hügel, und das wurde ja auch kurz ange ... Das sehen wir auch im Teaser, aber nicht so ausführlich. Da sehen wir die Reiterei der Numenor. Mhm. In Slowmotion. Über den Hügel kommen. Genau. Ja, teilweise in Slowmo, teilweise in echt. Und das sind wirklich ... Meine Güte, preschen die da lang. Galadriel und Heilbrand sind ganz vorne. Und wir hören da das Numenor-Thema mit Galadriels Thema. Und ach Gott, das war echt ... Das war wirklich nice gemacht. Ja, das war an und für sich keine schlechte Szene. Aber ich muss sagen, sie hat mich hier ... Also ich war dann wirklich ... Ja gut, ich meine, sonst wären die halt noch mehr aus dem Nichts gekommen. Aber die hätte man irgendwie an einer anderen Stelle vielleicht schon eher eigentlich haben müssen. Ja, aber es muss ja auch zusammenpassen damit, dass es jetzt langsam hell wird und so. Ja, also für mich passte das nicht in den Rhythmus der Szene, fand ich. Ja, es ist ein bisschen ... Es durchbricht so ein bisschen die Bedrohung, die da jetzt noch entsteht in der folgenden Szene, ja. Ja. Und nimmt auch irgendwo die Spannung raus, weil man weiß, dass die jetzt kommen, ne? Ja, es stimmt, weil wir sehen halt so lange dann gar nicht die Retter von Rohan im dritten Teil und dann kommen sie irgendwann über den Hügel. Ja, wer weiß, wer weiß. Das haben sie im Extended Cut ja auch ein bisschen. Da gibt's ja so einen Zwischenstopp, den sie machen müssen. Und da heißt es, ja, wir reiten die Nacht durch, weil Gondor ist in Not und so, ne? Vielleicht wollten sie es hier auch so ähnlich machen. Also, ich weiß nicht, wie sie da anreiten. Auch so vom Trailer ausgehen, hatte man wirklich gedacht, sie würden dann da auf eine andere Armee treffen. Das stimmt. Und man zeigt sie ja hier im Grunde genommen nur auf der Reise, ne? Ja, genau, also auf einer sehr, sehr schnellen Reise, meine Güte. Ja, mit Galadriel vorne weg. Genau, es sieht grandios aus. Dann sind wir wieder im Gasthaus, wo die Orks durchbrechen, verschiedene Leute dann halt eindrängen und bedrohen. Genau, die nehmen die als Geisel, die nehmen gezielt Theo als Geisel und drohen dann Bronwyn, die ja da so halbtot auf dem Tisch liegt, zu töten. Wo ich mir dann auch dachte, ja, woher wissen die jetzt, ist, dass der irgendeine Connection zu denen hat. Also, jetzt hier Aaron dir. Das wirkte so ein bisschen ... Also, ich meine, da sind wirklich viele in dieser Schenke. Ich hab mich generell gefragt, wie viele passen eigentlich da rein. Das sind ja Überlebende von mehreren Dörfern wohl auch. Ja, aber ... Und dass sie dann wirklich so gezielt auf die zugehen, das ist schon ein bisschen plot-convenient. Ja, ich weiß auch nicht. Ist jetzt nicht, wer weiß, wie schlimm, aber ... Ja, ich weiß, das ist auch nicht ganz genau. Aber wie gesagt, der Arda hatte so ein gewisses Gespür, denke ich auch mal. Auf jeden Fall sagte dann halt, komm, diese Kleinigkeit, gib mir doch einfach das, wofür ich hier bin. Du weißt, warum ich hier bin, gib mir den Griff. Und dann werden weitere Dorfbewohner getötet, auf furchtbare Weise, wo ich halt echt ... Einfach so, wirklich. Das hatte so ein bisschen was von ... Im fünften Pirates gibt's doch so was Ähnliches, wo hier Javi Badem als Salazar jedes Mal mit dem Degen aufstößt und dann einer der Männer stirbt von Barbossa. Ja, und da aber ... So ähnlich war das. Und da aber geht das irgendwie so ganz schnell. Und hier sind die Treibenden, die klägen langsam rein. Halt Männer und Frauen. Ja, das ist echt eine fiese Szene. Ach so. Echt eine fiese Szene. Und Arda dann so zu Aaron dir von wegen, ja, willst du jetzt hier die Leben opfern für so ein kleines Ding? Obwohl es ... Ja, gut, also ich mein, so klein ist dieser Griff jetzt nicht. Leben opfern für ein kleines Ding, das wirkt halt eher ... Das wirkte fast schon wie ein Zitat aus Herr der Ringe, was sich hier verirrt hat. Und dann aber irgendwann knickt Theo ein und sagt da, hier ist es, hier ist es, holt das Bündel unter einem ... Einem Stein hervor. Und unter einem Stein hervor, der da den Boden bildet. Genau, unter einem der Bodensteine. Und jetzt mal hier die Frage. Ich mein, man hat ja gehört, dass Aaron dir das versteckt. Ja. Und dass auch Bronwyn das nicht wissen durfte. Woher weiß Theo das? Ähm ... Äh ... Das hab ich nicht, also da seh ich nichts. Das ist für mich ein ... Ich meide diesen Begriff normalerweise, aber das ist für mich ein Plothole. Das Ding ist ... Moment mal. Ich weiß nicht, könnte es sein, weil letztendlich am Ende der Folge sehen wir ja, dass dann Waldreck das Ding hat. Und ist das vielleicht ... Weil wickelt er, wickelt's er hier aus in der Szene? Nein. Nein, die wickeln's die ganze Zeit nicht aus. Deshalb jagen die dann ja sinnlos dahinter her. Und deshalb denk ich mir, dass das hier mit Teil ist von wegen ... Dass deshalb halt, dass das noch extra eingefädelt war, ähm ... Dass das eben halt ne Täuschung ist. Und dass deshalb Theo das wusste. Hm, aber es war ja dann, glaub ich, die Täuschung von Ada und nicht die von ... Von Aaron Dier. Und Aaron Dier hat ja extra gesagt, nicht einmal Bronwyn darf wissen, wo der Griff ist. Und dann doch erst recht nicht Theo. Oh, nee, doch, er wickelt's aus. Er wickelt's hier aus. Das ist der Griff. Ich seh's hier grad noch mal. Ja, gut, stimmt. Stimmt, das macht Ada. Ja, gut, dann tauscht er's aus. Stimmt, stimmt. Dann taucht er's aus. Genau, aber dann weiß ich halt nicht, wo's die ... Es könnte sein, dass ... Aber dann hätten sie halt zeigen müssen, dass vielleicht Theo ihn dabei beobachtet oder wie auch immer. Ja, gut, dann hätten wir natürlich gewusst, wo's ist als Zuschauer. Wobei, das wär jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Und hätte der Szene vielleicht auch noch ein bisschen Spannung gegeben. Das wär dann halt so ein bisschen so Hitchcock-Suspense von wegen, die Bombe liegt unterm Tisch, aber die Figuren wissen das nicht. Ja. Es ist ... Also, für mich ist es ein Plothole. Vor allem auch noch mal unter einem Gesichtspunkt. Also, gerade Theo darf doch nicht wissen, wo der Griff ist. Weil der doch förmlich süchtig danach ist. Ja, es könnte vielleicht sein, dass Theo das gespürt hat, wo's ist. Eben durch diese Macht. Oder hat der ihn gerufen? Ja, wer weiß. Also, vielleicht hat er's ja gespürt, wo's ... Ja, aber dann würde der ja auch Ada rufen. Dann würde doch erst recht Ada rufen. Also, halt wieder ein Hinblick darauf, dass dieser Griff so ähnlich funktioniert wie der Ring, von wegen er will gefunden werden. Ja, ich weiß nicht. Dann würde der Ada erst recht rufen. Wer weiß, vielleicht ist es ... Vielleicht ruft es die Person, die ihn schon benutzt hat oder wie auch immer. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall dann direkt im Anschluss sieht man dann halt, wie Ada aus dem Gasthaus kommt und sagt, hey, Waldreck, ich hab eine Aufgabe für dich. Also, da hat man dann schon. Aber dann kommen sie darauf nicht mehr zurück. Und das findet dann Offscreen statt. Genau, das sehen wir dann nicht. Denn wir hören schon als Ada, dass die Klinge rausnimmt. Ja, du hast recht, der nimmt wirklich raus. Und dann sieht man die genaue kleine Jurassic-Park-Referenz halt ... Ja. Wir sehen da Wasser in einem Fass, welches so leicht anfängt zu erbeben. Nachdem es letzte Woche ... Das haben wir leider übersehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch unser House of the Dragon Casts hören. Da war nämlich auch eine Anspielung mit einer Ziege und einem Drachen auf Jurassic Park eindeutig. Das haben wir ein bisschen ... Da sind wir ein bisschen drüber weggegangen. Also, Kudos hierfür. Ja, dann gibt's eine Erschütterung. Und während Ada dann ... Also, der ahnt wahrscheinlich schon, was da kommt. Und schickt dann Waldreck schnell weg. Die Orks sind auch überrascht, fangen an, weiter wahllos Dorfbewohner zu schlachten. Und dann kommt die Reiterei mit Galadriel vorweg und mäht durch die Ork-Reihen. Oh ja, es ist unfassbar. Unglaublich, wie die da ankommen. Die haben da eine Kette zwischen sich und reisen ihre Orks um. Das ist toll. Das war ein wirklich cooler Einfall. Ja, wir sehen dort, alle hacken aufeinander ein. Orks werden überritten. Leute fallen von Pferden. Ja. Unglaubliches Zeug hier, was hier passiert. Wir sehen, Theo versucht dann auch so gut es wird, mitzukämpfen. Wobei ... Ja gut, er hatte ja einen Speer oder was. Wobei, wurde er eigentlich entwaffnet wahrscheinlich. Egal. Er greift sich über ein kleines Messer oder so was. Ja, dann haben wir Galadriel, die ... Ja, das war halt auch wieder so ein Strong-Woman-Move, sage ich jetzt mal. Wo sie da irgendwie einem Ork-Pfeil ausweicht und sich so komisch kopfüber von ihrem Sattel hängt. Es wirkt sehr akrobatisch, aber halt Legolas hat auch so was gemacht. Also kann man das hier auch absolut entschuldigen. Ja, ich mochte es halt schon bei Legolas nicht. Ja, es gab auch Leute, die machen das bei Legolas nicht. Aber wenn man es halt da tolerierte, dann kann man das genauso gut auch hier machen. Ja, ich fand es halt wieder so ein ... Also Strong-Woman-Move, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöde formuliert. Aber es sind halt wieder so Dinger, die uns wirklich ins Auge drücken, weil wir es immer noch nicht verstanden haben für die Macher, dass Galadriel halt absolut unbesiegbar ist und jedem überlegen. Aber gut, wir sehen vor allem auch Valentil und Ontamo, die sich jetzt auch ins Kampfgetümmel stürzen. Also das sind ja, ja, ich glaub, die Buddies von Isildur, ne? Ja, genau. Und Isildur ist aber noch gar nicht mit im Kampf. Der steht nämlich eben mit Miriel auf einem Hang und da ist auch noch ein weiteres Bataillon. und Miriel sagt dann, ja, komm, geh jetzt. Und dann reitet Isildur ganz allein in die Schlacht. Und das hat man auch schon auf Promopostern gesehen. Miriel hat einen wirklich interessanten Helm, ne? Ja, so einen, wo halt im Prinzip so einen Sonnenkranz so drumrum. Ja, eine Corona. So in Stachelform. Es hat, genau, es hat halt etwas, so leichter etwas von so einem altrömischen Centurio-Helm, wo das halt eben so quer ist. Ja, es hat schon was. Ja, genau. Und ich meine, die damals, diese Helme, die die da damals aufhaben, das sah eigentlich noch sehr viel unförmiger und unpraktischer aus als das hier. Und es sieht sehr königlich aus. Es ist definitiv so ein Fantasy-Design, aber es ist halt nicht super unpraktisch in irgendeiner Form. Ja, es ist schon, es ist sehr markant einfach. Es ist eine sehr markante Helmform. Sie ist ja auch die Königin, das darf man nicht vergessen, Königin-Regent. Eben, genau. Es hat halt eben etwas Könige, so leicht Heiligenscheinartiges. Ja, Isildur reitet dann jedenfalls rein und kommt dann eigentlich auch seinem Vater zu Hilfe, denn der ist auf dem Pferd. Und Orks bringen ihn dann zu Fall. Und bevor dann aber Isildur dann dort ankommt, kommt dann Elendil halbrand zu Hilfe. Und Isildur kann dann seinem Vater aufhelfen, nachdem er dann irgendwie auch einen Ork beseitigt hat. Es sind schon alles sehr, sehr schnelle Szenen. Wir können das gar nicht alles so erfassen. Nee, nee, ja, es ist einfach sehr ... Es ist ein Gemetzel. Es ist Gemetzel, sehr viele Enthauptungen auch. Aber auch gut gefilmt durchaus. Also es ist jetzt ... Ja, das ist eben das Tolle. Es ist wirklich unübersichtlich. Es ist schön hell, es ist nichts verschmiert. Du hast nicht irgendwie doofe Shakey Cam. Du kannst alles schön sehen. Ja, obwohl es mir ... Ja, gut, das ist halt der generelle Look von der Serie. Das Licht ist halt immer sehr ebenerdig und sehr klar. Also hier ging's auch. Ja, da merkt man auch wieder den Regiewechsel. Also auch dieser Anritt von dem ganzen Bataillon mit Galadriel, da hab ich auch nicht das Gefühl, dass da künstliches Licht im Spiel war. Das ist sehr ungewöhnlich. Das hat schon fast ... Und das ist eben halt ... Das Morgenlicht, das hat eben auch etwas sehr Dynamisches manchmal. Und hier gerade ... Weil hier gibt's so ein paar schöne Szenen, wo dann so die Sonne von der Seite scheint. Ja, das hat ja auch Symbolkraft, ähnlich wie bei den Reitern von Rohan in der Rückkehr des Königs. Da geht ja dann auch die Sonne mit auf. Oder auch hier Gandalf bei Helms Klamm am Ende. Genau, ja. Damit ist das vielleicht sogar eher noch zu vergleichen. Absolut, absolut. Und ... Moment, da war ... Ach ja, genau, Beric dem Pferd wird eine kleine Wunde beigebracht, was vielleicht Spischen auch wichtig wird oder weiß. Aber auf jeden Fall sehen wir, wie Ada sich eins der herrenlosen Pferde nimmt, einen Bündel in der Hand hält und davon reitet. Und Galadriel kommt so ... Ach, und ja, und sagt, wo ist der Anführer? Ja, der da, der da gerade weg reitet. Sie erkennt ihn, sie spricht ihn auch wirklich direkt an mit Soldat. Ja. Und dann wird das ja auch noch mal umgedreht, weil während Galadriel dann hier hinter Ada hinterher setzt mit ihrem Pferd, also Ada will ja wirklich fliehen mit dem Griff. Und Theo sieht dann auch Galadriel und ist dann irgendwie total so, also ähnlich wie Isildur, so total hingerissen und fragt dann so Aaron dir, ja, wer ist sie? Und sie dann so, ja, das ist die Herrführerin oder Anführerin der nördlichen Heere, ne? Ja, und nee, aber er ist total ... Er ist smitten, wie man in England sagen würde. Er ist wirklich sehr ... Ja. Nicht nur auf die Art und Weise hin und weg von wegen, oh, große Kriegerin. Nee, nee, da ist ... Da geht noch etwas anderes vor in diesem jungen Mann. Ja, ja, ähnlich wie bei Isildur, ne? Also ... Oh, ja, ja, durchaus. Ich mein, Galadriel ist ja auch schon eine Erscheinung, auch wenn sie eigentlich sehr viel kleiner ist hier als beschrieben, aber sei's drum. Man muss ja sagen, also Morfett Clark über das Spiel kann man ja mitunter manchmal streiten, wobei es, wie gesagt, nicht an ihr liegt, sondern manchmal eher am Skript oder der Regie. Aber so von den Gesichtszügen her haben die die schon verdammt gut getroffen. Die sieht wirklich aus ... Die sieht so doll ... Ja. Sie sieht aus wie Galadriel, also wie so viele Zeichnungen, die es halt gab vor dem Film und so. Ja, oder halt wie eine junge Cate Blanchett sieht die einfach aus, ne? Das eben auch. Ich mag den Zopf sehr gerne, was eben auch super praktisch ist, weil so viele ... Weil sie hat diesen Kriegerprinzessinnen-Look hier, aber nicht halt mit diesen offenen Haaren, was halt total bescheuert wäre. Ja, das wäre unlogisch, ja. Ja, genau, und das sieht toll aus, das sieht super dynamisch aus, immer in Sachen, aber es ist halt nicht realistisch. Und man braucht ja auch nicht immer Realismus in dem Sinne, aber hier, das ist ein guter Look für sie. Und wir sehen dann davon tatsächlich auch noch einiges, denn wir kriegen eine Verfolgungsjagd durch den Wald mit Pferden, sowohl von Galadriel als auch Hallbrand, der dann beiden auch noch hinterher setzt und Galadriel eben beistehen will. Und ja, das ist so durch die Bäume, das ist sehr ähnlich gefilmt, ist mir aufgefallen, wie die Hetzjagd hier mit Arwen und den Ringgeistern. Ja, genau. Also auch mit hier Dollys ist das wahrscheinlich gedreht. Ja, du hast da keinen irgendwie schwurbeligen Greenscreen oder wie auch immer, das ist alles ... Nee, das ist wirklich im Wald gedreht. Alles. Wobei ich mir dann schon die Frage gestellt habe, ich meine, Ada kennt ja da die Gegend, warum er das nicht für sich genutzt hat. Also, der müsste sich ja zumindest ein bisschen da auskennen, Galadriel ja gar nicht. Sie ist ja ziemlich dicht auf den Fersen. Also, da gibt's nicht viele Möglichkeiten, sie da abzuhängen. Und sie genau, sie macht da dieses Norolim und dass das Pferd noch schneller sprintet, also es ist echt wirklich knapp. Dazu hast du diese epische Chormusik, also es ist halt ... Ja, die Musik, also die Musik an sich, die hört man ja noch mal abspannend, die fand ich gar nicht schlecht, aber ich fand sie hierzu ... Die war zu drüber für die Bilder, hatte ich das Gefühl. Okay. Nee, ich fand's ... Ich dachte halt, oh ja, das ist eine ganze Menge. Ich meine, dafür, dass es hier nur diese Verfolgungswege ist. Aber du hattest das ja auch in verschiedenen anderen Sachen. Aber ich fand's einfach trotzdem richtig cool. Heilbrand auf jeden Fall schafft es dann, hat es dann, glaub ich, geschafft, die beiden zu überholen oder wie auch immer. Und kommt Ada entgegen und stellt dem Pferd eine Stolperfalle mit einer Lanze. Was auch ein heftiger Sturz ist. Ja. Zu Glück zeigen sie, wie das Pferd aufsteht. Und oh, dem Pferd geht's gut. Was ich sehr zu schätzen weiß, weil viele Filme und Serien achten auf sowas gar nicht. Und hier hast du immerhin ... Ja. Ach Gott, ja, aber es ist ein heftiger Sturz. Ada ist total fertig. Kurz zu dem Pferd, das war ja auch, wenn man sich hier erinnert, beim Hobbit war das ja damals auch, tatsächlich eine Kontroverse, wo da irgendwie ... Also, da ging's ja hier darum, von wegen, dass da irgendwelche Firmen, die das für Filmproduktionen bereitstellen, dass sie die Tiere nicht anständig behandeln. Und beim Hobbit, beim Dreh sind wohl irgendwie auch Pferde zu Tode gekommen damals. Oh Gott. Deshalb passt das hier schon sehr gut. Das wurde dann auch vor ein paar Jahren noch mal aufgekocht mit Elefanten tatsächlich. Unter anderem einem Elefanten, der auch in der Serie in der zweiten Staffel Westworld zu sehen war. Und das dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum es in der finalen Game-of-Thrones-Staffel, da waren ja viele so enttäuscht, dass es bei der Golden Company keine Elefanten gab. Das könnte einer der Gründe gewesen sein. Ah, okay. Ja, genau. Dass sie sich damit nicht anlegen wollten, weil so was kann halt ein Shitstorm lostreten, ne? Ach Gott, ja. Also, ich meine, der Sturz ist ja zum Glück halt CGI von dem Pferd. Gott sei Dank, ja. Ja, ja, eben genau, weil das kannst du natürlich nicht bringen. Aber es sieht alles, also, nichts reißt sich raus. Es sieht alles sehr, sehr toll aus. Aber man sieht halt, das Pferd steht auf. Das sieht wirklich gut aus. Das ist auch gut gefilmt. Also, auch dieses Waldstück, das ist schon stimmungsvoll. Also, hätten sie das jetzt hier zum Beispiel im Greenscreen gedreht, das hätte fürchterlich ausgesehen. Also, da merkt man schon ... Dazu gibt's auch eine Geschichte. Die erste Szene in der ersten Staffel hab ich nachgelesen. Mhm. Da, wo Galadriels Bruder mit der jungen Galadria redet. Okay. Diese Stelle. Das war ursprünglich geplant vor Greenscreen. Und dann haben sie gesagt, nee, aber wir haben hier diese Gegend hier. Und wenn wir das zum richtigen Zeitpunkt filmen, die haben im Prinzip auf die Golden Hour gewartet. Ah. Und haben dann ein Zeitfenster abgepasst. So, bis dann, dass die Sonne tatsächlich über den Hang kam und so. Okay. Und das heißt also, dass es halt wirklich, wenn er dann so über den Hang geht, das ist wirklich halt eine Mischung aus dem echten Sonnenlicht, das sie dann hatten und dann halt mit dem CGI-Backdrop und so. Aber halt, ja, ansonsten halt, wie sie unter dem Baum sitzen und der Hügel, das ist halt alles echt. Ah, gut. Und, ähm, genau. Da war's dann einfach nur diese Decision, nö, machen wir das so. Wir haben hier die Möglichkeiten. Wir müssen nur ein bisschen, äh, gut planen. Ja, gut. Mit dem Lichtstrahler kennt sich ja Peter Jackson auch bestens aus. Gab's ja diese Szene, wo die da irgendwie an der Wegscheide sind im Extended Cut von ... Von die Rückkehr des Königs. Oh, ja, richtig. Und dann ... Ja, und dann kommt die Sonne, ja, genau. Hier ist der Ader, versuch noch nach dem Päckchen zu greifen, ist total fertig. Und, äh, dann sticht die im Halbrand mit einem Speer in die Hand und, äh, will ihn töten. Boah, auch wieder, auch wieder. Weil ich, ich dachte wirklich, das wär ja auch irgendwie so ein Klischee gewesen, er greift so nach diesem Bündel, ne? Und ich dachte wirklich, jetzt kommt Galadriel und stellt irgendwie ihren Fuß auf das Bündel oder Halbrand. Aber ... Ich dachte, jemand hackt die Hand ab. Ja. Damit hab ich am meisten gerechnet. Und das hier ... Weil er streckt nämlich die Handschuhfreie Hand aus. Und dann ... Und das ist aber schon echt. Also, Halbrand durchbohrt ihn mal eben so mit dem ... Mit der Lanz oder mit dem Speer die Hand. Das war schon ... Man sieht auch, dass er schwarzes Blut hat. Ja, interessantes Detail. Fand ich auch toll. Genau. Und dann, äh, genau, Halbrand will ihn töten Galadriel. Den hab ich, brauch ihn lebend. Und dann sagt Halbrand, ich ... Äh, du weißt nicht, was er getan hat. Und dann fragt er, weißt du, wer ich bin? Und dann hat er ... Nein. Und das hat mich erinnert an Avengers Endgame. Äh ... Da gibt's eine Szene, wo, ähm, äh ... Ach, hiermit, ach, das hast ... Scarlet Witch, Scarlet Witch, you took everything from me. Und dann halt ... Gänne ich dich. Ja, 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 ja. I don't even know who you are. Das gab's aber, glaub ich, auch. Oder hattest du das in unserer Discord-Gruppe geteilt? Ich weiß nicht mehr. Ich hab irgendwo das Meme gesehen, glaub ich. Ada, Ada, be like. Genau, genau. Aber das war ja auch bei Guardians of the Galaxy, wo dann halt ... Du hast meine Familie getötet, Ron, und der so, nee, tote deine, erinnere ich mich nicht. Und dann irgendwann plötzlich doch. Äh, ja, ja, und hier ist das auch so. Aber ja, in dieser geschwächten Position, dann hab ich vielleicht ... Hab ich irgendjemandem, der dir was bedeutet wehgetan, einer Frau, einem Kind und so. Und, ähm ... Ja, und Halbrand wird immer mehr angeheizt. Und Galadriel, das fand ich beim Dialog sehr schön. Und da merkst du auch, dass dieser Justin Dobel, der hier am Drehbuch mitgeschrieben hat, ich glaub, bei den letzten zwei Folgen auch, äh, hier schmeißt sie im Dialog von ihm zurück, den er vorher an sie hatte, nämlich von wegen, man stillt seinen Durst nicht, indem man mehr Wasser trinkt. Ja, ja. Das war gut geschrieben an der Stelle. So was ... Oh ja, genau. So was hat man ... So was hab ich bei der Serie bislang noch nicht gehabt, sondern eher bei House of the Dragon. Da gibt es so was sehr, sehr häufig. Dann auf jeden Fall lässt er davon ab. Mhm. Und wir haben einen Sprung zurück ins Dorf, wo Isidu mit seinen Buddies ist. Der eine von denen, ähm, ich ja ... Wie hieß er noch mal? Ontamow, glaub ich. Oder Valandil. Nee, also der andere. Valandil, genau. Der, 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 der Landswart jetzt ist. Der dann halt sagt, ja, Galadriel, ähm, hat vor, ähm, noch die vertriebenen Orgs da aufzureiben. Und ich hab uns beiden dann im Platz ergattern können, in der Gruppe. Und, äh, und Ontamow sagt, ja, ich hab, ich hab genug gekämpft für mein, für mein Leben erst mal. Und es gibt diesen schönen ... Guck für ein Leben gekämpft. Ja. Und es gibt diesen schönen Dialog zu Anfang, wo man halt von wegen, und was hältst du von den Südlanden? Und dann ist die, äh, ich mag die Berge. Ja, 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 du wirst sie bald von nah sehen, ne? Ja, ja, genau. Und wo man halt sieht, dass sie halt, dass es ja vollkommen neu hier ist für sie und, äh, eine andere Kultur. Ja, das war schön. Das, das war schön, dass sich ... Und die eben alles sehr viel ärmlicher als das, was sie kennen. Ja, und die haben auch, äh, also da muss man sagen, das ist hier dann auch, weil manche haben der Serie ja auch schon vorgeworfen, dass sie, äh, äh, so einen, so einen gewissen Narnia-Stil irgendwie hätte. Und das kann man jetzt hier wirklich nicht, weil die Rüstungen von denen, die sind komplett voll gesifft mit Org-Blut. Ja, Blut, Schmutz und, äh ... Die, 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 äh, die Schwerter auch. Und ich mein, wenn man überlegt, wie, wie wirklich total weichgespült das in Narnia ist, dass es eigentlich gar nicht mehr zu ertragen, wie blöd das ist. Wo man es auch verstehen kann halt, weil durchaus ... Ich mag, ich mag gerade Prinz Kaspian, mag ich unglaublich gerne, weil das, weil sie dann trotzdem so eine gewisse, so eine gewisse Härte mit drin haben, ähm, obwohl da halt eben kein Blut ist. Du brauchst nicht unbedingt immer Blut, um da das ... Ja, der, der, der zweite ist dann noch okay, aber der erste Narnia ist wirklich, da haben sie halt eine Schlacht geschlagen und du denkst dir, ey, die klingen seh noch genau so aus wie vorher. Also, das ist schon ... Das ist eigentlich fast schon kriegsverharmlosend irgendwo. Geht mir so ein bisschen. Vor allem, weil die sich so viele Sachen ausgedacht haben noch mit dazu. Ja, aber, ähm, sie sagt halt, wir machen das, bis sie, wenn sie da mit dem Typ fertig ist, und dann sieht man, dass sie ... Genau. Was wir vor allem auch sehen, dass sie, das ist ja auch wichtig im Hinblick dann jetzt hier auf die Ardasszene, äh, sie haben Orks gefangen tatsächlich auch, ne? Also, da liegen mehrere Orks in Ketten. Die sind nicht ... Warum die die nicht einfach schlachten, wundert mich irgendwie schon. Aber vielleicht wollen sie sie ja auch als Druckmittel einsetzen, denn Galadriel hat, äh, Ada in einem Schuppen gefangen. Ich glaub, es ist sogar der Schuppen, äh, von, von Waldreck da. Also, wo eben die, die, äh, der, den Griff da versteckt hat. Genau. Ja, dann geht's jetzt endlich mal darum, dass wir aus Ada herauskriegen, wer er eigentlich ist. Und die Theorie stimmte. Die Theorie stimmte und ... Ja, gut, ich mein, was sollte es sonst sein? Also, es hat mich jetzt nicht überrascht. Galadriel erzählt dann eben ein, ja, sie hat als Kind von ihrem Bruder irgendwie gehört, dass es Elben gab, die, die verschleppt und gefoltert wurden von Morgoth und dadurch zu einer neuen Lebensform wurden, die sie dann Moriandor nennt, Söhne des Dunklen oder halt die ersten Orks. Und eins war sehr komisch an dieser Szene. Die Kamera ist schräg. Ja, es ist, äh, es ist Dutch Angle. Und, äh, das ist, und das, das setzen halt Filmemacher gerne ein, wenn eine Szene irgendwie halt, äh, unheilvoll wirken will. So vorwiegend. Es ist, es ist etwas, etwas ist oft kilter, etwas ist nicht ganz richtig. Ja. Und, äh, lustigerweise, weil es heißt Dutch Angle, was ja im Prinzip eigentlich sein müsste, der holländische Kamerangel. Ja, 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 ja. Tatsächlich kommt die Idee halt für die, die es nicht wissen, äh, diese Idee mit dem Dutch Angle kommt ursprünglich aus Deutschland. Und man hat das einfach damals falsch übersetzt, weil Deutsch für Amerikaner so ähnlich klingt wie Dutch, genau. Aber ursprünglich kommt das aus dem, äh, da, äh, ich glaube, Expressionismus-Kino. Und, ja, genau, also, das ist halt etwas, äh... Wir, wir haben's erfunden. Richtig. Wir haben's erfunden. Nicht die Schweizer und nicht die Holländer, sondern die Deutschen. Und wenn, wenn ihr einen Film sehen wollt, wo, wo absolut der, der Dutch Angle geschändet wird, dann schaut Battlefield Earth. Oh, ja. Ja, also, also hier, also ich, ich muss da sagen, ich, ich fand's ja, also, ja, da merkst du wieder, also diese Folge hat wirklich mit Abstand am meisten Regie-Handschrift. So war eigentlich sogar noch ein bisschen mehr als... Bei Bayona. Ja, es ist schon bemerkenswert, bei Bayona hab ich halt Sachen wiedererkannt aus früheren Filmen und von, äh, Charlotte Hallström, äh, oder Brand, Brandström? Brandström, Brandström, ja. Äh, da kenn ich halt gar nix von. Und trotzdem hat sie hier schon irgendwie, also, das hat schon bei ihr wirklich so einen Effekt wie bei, äh, Michelle McLaren in, äh, in Game of Thrones. Also, und gerade, dass die so eine blutrünstige Folge inszeniert hat, also, Kudos. Ja. Ich hätte es, also, mit dem Dutch Angle, ich find's interessant, ich hätt's halt cool gefunden, wenn man das nur auf Ada angewendet hätte und Galadriel normal gewesen wäre, weil das hätte da noch mal unterstrichen, Ada ist verdreht, wortwörtlich, weißt du? Ja. Das wäre eine schöne Meta-Ebene gewesen. Ich glaube, sie verwenden's quasi durchgehend, genau. Aber ja, sie hat Twitter nehmen, du bist einer der ersten Orks. Und das ist, ich bin so froh, dass halt wirklich die interessanteste von allen Theorien dann halt wahr geworden ist. Durch auch. Weil das ist so ein cooles Konzept und macht seinen Charakter so besonders. Und das ist eben halt auch etwas, was mich halt schon immer unterbewusst so interessiert hatte. Und dass wir hier so ein, so eine Figur dann haben. Und, äh, er sagt halt, wir bezeichnen uns selbst lieber als Uruk. Was ich glaube, ist nicht unbedingt, ich glaube, das ist eher so ein bisschen dann frei mit umgegangen. Ja. Ja, also, die, die Saruman züchtet, sind ja Uruk-Kai. Ja. Und, äh, ja gut, ich hab jetzt auch nicht nachgesehen, was das jetzt konkret heißt, aber Uruk-Kai. Also, Uruk, den Ausdruck, den gab es tatsächlich auch schon in Mordor. Also, Saruman hat den nicht erfunden. Ja, genau, weil nämlich, äh, so fast zeitgleich tauchten auch so größere Kampf-Orks in Mordor auf, weil, weil's, weil's halt nicht, nicht exakt klar ist, wo und wie und was und so. Ja. Ähm, ich, 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 ich schätze mal halt, ich glaube, man kann das so interpretieren, dass Saruman nicht unbedingt, dass, dass seine komplett neue Idee war, dass es halt einfach seine Version der Uruk-Kai war. Ja, ja. Die er da gemacht hat. Genau, die er getüchtet hat mit, äh, genau. Wobei das im Deutschen, das ist mir aufgefallen, die Übersetzung ist ein bisschen komisch, weil Bilvis-Menschen ist eigentlich ein anderes Wort für Ork. Also, es, es heißt ja in einer Szene zwischen Gandalf und Elrond heißt es, ja, Saruman hat mit verderbter Zauberkunst Orks mit Bilvis-Menschen gekreuzt. Bilvis-Menschen ist ein anderes Wort für Ork. Ah, tatsächlich, weil ich dachte, ich dachte, es wäre einfach, ähm, äh, so tatsächlich so, so ein bestimmtes, so ein bestimmtes Menschenvolk, ähm. Ja, man dachte, das sind vielleicht die Menschen aus dem Dun-Land, ne? Ja, genau, richtig. Und, weil es gibt auch im, im Hörspiel, und ich schätze dann auch im Buch, da gibt's eine Stelle, wo sie in Helmsklam kämpfen und dann sagt, ich glaube, Eomer so etwas wie diese halben Orks und Bilvis-Menschen, die Sarumans verderbte Zauberkraft gezüchtet hat. Ähm. Ja. Deshalb, also, es ist ein bisschen, ja, es ist, und sowieso der, die, das, das, das Hörspiel hat ja ein paar, ähm, so, so kleinere Fehler drin einfach, ähm, aber trotzdem. Weißt du, was mir da jetzt einfällt? Na? Ist das alles, das sind deine Zauberkunststücke, Saruman. Ja, wer mehr davon hören will, äh, wir werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dann, wir, äh, dann hier auf Twitch machen oder, äh, bei dir auf dem, äh, im, im Podcast. Wir werden auf jeden Fall einen Audiokommentar zu die zwei Türme aufnehmen, also der Lasse und meine Wenigkeit, äh, weil der ja demnächst 20 Jahre alt wird und unseren ersten zu die Gefährten kann man, kann man bei dir im Podcast hören, ist, glaube ich, zweigeteilt, ne? Genau, 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 also, da gibt's genug, äh, für euch, äh, Cross-Promotion muss hier sein. Genau, und auf jeden Fall, das ist halt mega, mega cool, dass er, dass er eben das ist. Ja, es wird auch nochmal, ähm, ich kann nur immer wieder auf das Amazon X-Ray verweisen und da stand jetzt ein Satz, den sich wahrscheinlich, äh, das ist, das ist dieser Satz, den ich, glaube ich, bei dir auch schon mal referiert hatte, äh, von Tolkien, von wegen, dass Böse oder insbesondere dann Morgoth, also, dass der praktisch nichts Neues erschaffen konnte, sondern er konnte nur, äh, Gutes und bereits Bestehendes verderben. Und so gesehen sind die Orks eine Verhöhnung der Elben und die Trolle wiederum beispielsweise sind eine Verhöhnung der Enns, ne? Und das würde dann auch Sinn machen, also, man muss auch sagen, schon in der dritten Folge oder in der vierten, wo Ada auftrat, da fiel mir halt auf, dass diese Orks hier wie Ada auch spitze Ohren haben. Und das hatten sie auch schon bei Jackson. Ja. Ja, klar, aber deshalb, weil sie sind ja eben von verderbten Elben und so weiter und, äh, genau. Aber das Lustige ist ja, weil, aber Hobbits haben ja auch spitze Ohren und, äh. Oh ja, die kleinen Orks haben wahrscheinlich. Aber nee, das ist eben halt, sie sind halt nicht das einzige Volk, ähm, das ist eben, das ist immer, das finde ich immer so seltsam bei Fantasy oder bei Science Fiction oder wie auch immer, wenn man dann halt trotzdem Menschen hat und dann ist das einfach, oh, ist es nicht lustig, dass in dieser anderen Welt halt sich das irgendwie genauso entwickelt hat wie bei uns und dass es im Prinzip Menschen sind und so. Und wenn du, wenn ihr mal ein Fantasy, wenn ihr eine Fantasy-Reihe lesen wollt, wo das mal vollkommen anders ist, dann, äh, solltet ihr die Klippenland-Chroniken versuchen, denn selbst diejenigen, weil im Prinzip, was das Volk der Menschen ist, das sind dort keine Menschen, sondern die haben da auch spitze Ohren. Okay. Das ist irgendwas anderes und das ist halt komplett Fantasy, da ist doch nicht irgendwie, oh, da gibt's auch Kühe und Ziegen, da ist alles komplett ausgedacht, halt alle Wesen. Okay. Alle Wesen ist was komplett Neues und das ist vollkommen, also wirklich, wirklich übertrieben Fantasy in dem Sinne und sehr, sehr schöne Bilder, also sehr schöne Illustrationen da mit drin. Eine schöne Empfehlung. Ich glaube, ich glaube, Chris Riddle hat da die Zeichnung gemacht und das sind, der hat einen coolen Stil, einen coolen Zeichenstil, aber ja, das ist halt etwas, wo ihr dann nur als, wenn ihr mal so vollkommen Fantasy, das ist halt eher so für, ähm, für die Jugendliche, aber das ist trotzdem, ähm, eine coole Welt, wo es halt alles from, from scratch komplett, also sehr interessante Völker, interessante Wesen. Ja, jedenfalls, ähm, also um jetzt mal wieder zur Folge zurückzukommen, also sie haben es hier, das hat man ja schon geahnt, sie haben es übernommen aus den Jackson-Filmen, dass die, dass die Orks aus den Elben entstanden sind, beziehungsweise aus verstümmelten, verunstalteten, gefolterten Elben und Galadriel, äh, will dann aber von Arda wissen, also von wegen, die würden ja nicht auf eigene Faust handeln, äh, wo ist ihr Meister? Wo ist Sauron? Und, äh, ich meine, sie sucht ja auch schon eine ganze Weile nach dem, so ein paar Jahrhunderte und, ähm, sie verliert dann auch wirklich schnell die Geduld, sie will dann nämlich Arda damit unter Druck setzen, also erst mal redet der gar nicht wirklich und dann, äh, sagt sie, ja, wir haben jetzt vor, äh, äh, deine Orks der Sonne auszusetzen, sprich, zu foltern. Und ich muss sagen, das fand ich schon, äh, das fand ich schon hart, muss ich sagen und auch ein bisschen fragwürdig im Hinblick auf Galadriel, ja. Ja, aber ich meine, das ist halt das, was sie, was sie Momente antreibt, also sie ist halt wirklich, ja, sie ist sehr getrieben, sie ist sehr hasserfüllt, was das angeht. Ja. Und, ähm, entsprechend reckless, ja, aber deshalb, ich konnte das absolut halt, so wie der Charakter halt hier aufgebaut ist, da kann ich das absolut verstehen und das wird ja auch in der Serie, schätze ich mal, eben mit um ihre Entwicklung gehen und so und hier ist sie halt noch da am Anfang davon. Dann letztendlich redet er davon, dass halt sie ganz weit weg geflohen sind, ähm, er letztendlich es nicht mehr ertragen konnte, dass, äh, seine Kinder ja wirklich durch, 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 durch Sauron so, ähm, so gelitten haben. Und man sieht, man sieht da, äh, Flashbacks zu dieser, äh, Festung, da, For Old Wife, äh, oder wie auch immer, wo der Galadriel in der ersten Folge war, man sieht da diese Close-Ups von diesen, von diesen Dingen in Käfigen, man sieht da ein, ein so Wandrelief, was aussieht wie der Ballrock oder ein Ballrock. Ja. Und wieder halt diesen Org, der mit der Wand verschmolzen ist, ach Gott. Hier wird ja tatsächlich auch eine Festung Morgoths angedeutet, die wir ja bereits in der, also das, das hatten sie ja schon in der ersten Folge. Und man kann davon ausgehen, dass das hier wahrscheinlich Utumno ist, äh, also die, die große Festung Morgoths und Utumno, ein anderer Name für Utumno ist Udun. Aha. Also deswegen sind die Ballrocks auch die Flamme von Udun und ja, so, da findet sich so langsam an der Stelle zumindest schon mal der, der Folgentitel wieder. Äh, ja, auf jeden Fall hatte er eine Uneinigkeit mit Sauron, also Sauron hat irgendwie nach Morgoths Niederlage, hat er in Adas Augen zumindest versucht, Mittelerde wieder, wieder herzustellen, das Land wieder herzustellen und sie wollten eine Macht erschaffen, aber keine körperliche, sondern eine unsichtbare Macht. Adar war sich auf jeden Fall uneins, weil der eben, also Sauron hat mit den Orks experimentiert und die wohl auch misshandelt und die waren dann für den nur mittel zum Zweck und es sind ja irgendwo seine Kinder. Und er sagt ja auch, seine Kinder haben gar keinen Meister und er haut dann vor allem auch noch raus, er hat Sauron getötet. Genau. Ja. Sauron ist tot. Äh, was sowas von offenkundig eine Lüge ist wahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich, oder er denkt jedenfalls, dass er ihn getötet hat, also vielleicht ist aus seiner Sicht die Wahrheit. So what I said is true, from a certain point of view. Ja, so gesehen, so gesehen kann man, also theoretisch, also Sauron hätte weder Adar töten können, noch Adar Sauron, weil Sauron ist ein Maya und Adar ist ja auch unsterblich. Das heißt, wenn sein Elbenkörper stirbt, dann wandert ja seine, seine Seele praktisch zurück in die unsterblichen Lande und dann in die, die Hallen der ewigen Erholung oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht genau den Namen und dann kann der theoretisch auch in einem anderen Körper wiedergeboren werden. So war das nämlich tatsächlich auch mit Galadriels Bruder Finrod, der irgendwann reinkarniert ist. Deshalb macht es eigentlich auch, ja gut, in der Serie ist das, kommt es ja nicht zum Tragen, dass die Elben überhaupt reinkarnieren können. Ja, und sie sagt sofort Lüge. Also sie glaubt ihm absolut nicht, ohne mit der Wimper zu zocken. Sie glaubt ihm überhaupt nicht. Und sie sagt auch, das, was du deine Kinder nennst, sind Sklaven. Ja, aber jeder hat einen Namen und ein Herz. Genau, und ich muss sagen, da hab ich dann auch so, also hier waren wirklich interessante Aspekte auch wieder im Hinblick auf die, auf die, ja, Daseinsberechtigung der Orks in dieser Welt. Weil er sagt dann, wir sind im Grunde genommen wie ihr, wie die Elben, die Menschen, wir sind alle Schöpfungen des Meisters des geheimen Feuers. Und Meister des geheimen Feuers, das ist ein Verweis auf Eru Ilúvatar, also den, den Allvater, den, den Obersten, also der noch weit über den Valar steht. Und der eigentlich nur ein, zwei Mal in die Geschicke von Mittelerde eingreift. Und eins davon ist, äh, der Untergang Númenors und das andere, äh, Gollum, der in den Schicksalsberg stürzt. Da hatte tatsächlich Eru Ilúvatar, äh, seine Finger im Spiel. Und, äh, das geheime Feuer ist ja auch das, was Gandalf referiert hat von wegen, ich bin ein Diener des geheimen Feuers, ne. Gebieter über die Flamme von Arnor, ja. Ja, es ist halt echt schön, wie sie das ausbauen hier. Und eben halt, wie sie dem, und das ist halt etwas, was ich mir im Vorfeld von der Serie gewünscht hatte, wo ich dachte, ich hoffe, wir haben irgendeinen Org-Plot. Oder irgendeinen Org-Protagonisten in irgendeiner Form. Und im Prinzip haben wir das ja tatsächlich hier mit ihm, halt nicht in der Form, in der ich gedacht hätte. Aber dadurch, dass er ja eher so einer der Ur-Orgs ist, und wir ihm für eine kleine Weile folgen. Also, das geht definitiv so ein bisschen auf das ein, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte. Weil ich halt denke, dass das, das verschafft der Welt noch so viel mehr Perspektive. Und ich denke dann halt, in späteren Staffeln kann man das bestimmt noch in irgendeiner Form ausweiten. Ja. Wo wir noch ein bisschen mehr davon sehen. Ausweiten und ausweiten, ja. Aber was, ja, das wäre so schön. Ja, auch nettes Detail, weil man sieht, dass das Alandiel anwendet, Galadriels Tipp. Man sieht nämlich, wie er beim Org dann die Klinge da im Körper dreht. Genau, genau. Ja, es ist, ich finde ja diese Aspekte auf die Origin der Orgs tatsächlich auch mit das Interessanteste immer noch an der Serie. Also, ja, also hier ist es auch wirklich, hatte ich ja schon gesagt, dass man, also er sagt ja auch, wir sind des Lebens würdig. Nur weil wir verunstaltete Wesen sind, haben wir trotzdem ein Recht auf ein Leben und auch das Recht auf eine Heimat. Ja. Und die will er ja den Orgs geben, das hat er ja schon die ganze Zeit gesagt. Und er sagt dann vor allem, ja, das Land hier wird bald eh uns gehören. Galadria tut das dann aber mit ab von wegen, ja, eure Art ist ein Irrtum und eigentlich nur aus einem riesigen Fehler entstanden. Und das war dann auch halt wieder sehr grausam von ihr. Sie sagt dann wirklich, ich werde euch alle auslöschen und dich werde ich am Leben halten. Und wenn alle tot sind, dann werde ich dir ins Ohr flüstern, dass alle deine Kinder jetzt, jetzt über die, ich, ich, ich habe all deine Kinder geschlachtet und dann erst töte ich dich. Und boah, ey, da dachte ich mir dann echt so, das ist unsere Protagonistin. Und er sieht so traurig aus währenddessen. Ja, ja. Und wirklich, aber seine Performance und diese Szene allgemein, Bone-Chilling, also von beiden, von beiden Beteiligten. Aber er mit seiner, mit seiner stoischen Ruhe und von wegen, ja, ich bin gerade besiegt, aber fuck you. Halt so wirklich so, das ist so seine, seine Einstellung dabei. Aber es ist trotzdem so eine, so eine Traurigkeit liegt da die ganze Zeit in seiner Stimme, in seinen Augen und so. Also von wegen halt, wenn du nur verstehen könntest, wenn du, wenn du, wenn du sehen könntest, was ich gesehen und erlebt habe und so weiter. Und ja, toll. Also es ist unfassbar toll. Da geht so viel ab zwischen den beiden und, und hinter, und hinter seinen Augen, hinter ihren Augen. Ach, es ist so gut. Es ist echt eine der, eine der stärksten Dialogszenen bisher. Der ganzen Serie tatsächlich. Aber, also das fällt schon auf, ja, ich meine, Ada hat hier auch eine starke Szene mit, mit Aaron, die in der dritten Folge, aber die steckt hier die Locker in die Tasche. Ja, das ist echt. Und er ist auch, und das ist fast schon stellvertretend für den Zuschauer, weil er sagt dann wirklich so, also klar, er ist jetzt nicht irgendwie offen schockiert, aber ich glaube, er ist, er denkt sich auch so bei Galadriel, also wie ich jetzt sehe, bin ich nicht der Einzige, der von der Dunkelheit verdorben und verschlungen wurde. Und sagt dir dann wirklich so, ja, vielleicht hättest du deine Suche nach, nach Sauron, wie du ihn nennst, also er kennt ja, glaube ich, nicht mal den Namen, hättest du vielleicht im, im eigenen Spiegelbild beginnen sollen. Also sprich, dass sie mittlerweile, das kam ja auch schon in der fünften Folge zum Tragen, dass sie, dass sie mittlerweile total abgestumpft und fanatisch und auch schon wirklich, ja, wirklich so auf der Schwelle zur Bösartigkeit steht eigentlich schon, ne? Ja, und dann, ja, was ja schon angesprochen wurde, auch sie haben in mir das Böse gesehen, was sie gejagt haben, deshalb haben sie gegen mich rebelliert. Ja. Ähm, und eben das, das mit halt, mit der Anspielung halt, hättest du es in deinem Spiegel sehen sollen, ist das schon ein Link auf das Device, was sie dann später hat und benutzen wird? Vielleicht, man muss halt, es ist einfach eine gute, es ist einfach, das, das, das tolle eben an dieser Wortwahl ist, dass es halt diese Bedeutung hat, ohne dass es sinnlos ist. Das ist, das ist auch gut geschrieben. Das ist einfach, es ist, ja, genau, es ist, es ist gleichzeitig eben etwas, oh ja, es ist schön, symbolisch, aber es ist auch gleichzeitig, man kann es auch gleichzeitig fast als Link verstehen auf später. Ja, ja. Und dann kommt Hallbrand dazwischen und die Szene im Wald, die wir gesehen haben, die wird nochmal genau umgedreht, weil er gebietet ihr dann Einhalt, ihn nicht zu töten. Fand ich, fand ich auch wieder sehr schön, also, man muss sagen, viele Szenen zwischen denen funktionieren immer so, dass es immer genau gegengekehrt wird. Also, das fing schon damit an, dass sie ihn erst rettet, äh, als sie sich da auf dem, auf dem Meer begegnen mit dem Floß und er sie dann anschließend. Oder aber, dass erst sie ihn benutzt und er dann sie. Das, äh, das ist immer so ein Wechselspiel und dadurch, ey, muss ich sagen, an den Stellen funktioniert die Galadre-Figur für mich, aber halt immer nur im Zusammenspiel mit Hallbrand. Und jedenfalls, äh, lässt sie sich dann erweichen, wobei, nee, stimmt, sie schlitzt, äh, sie schlitzt doch Ada ganz leicht, oder sie, sie ritzt ihm zumindest den Hals an. Ja. Was auch echt, äh, puh. Dann gehen sie raus und Hallbrand, Hallbrand, äh, dreht, äh, Ada den Rücken zu und der spricht ihn dann plötzlich an und will wissen, wer er jetzt eigentlich ist. Und Hallbrand reagiert aber nicht auf ihn. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, halt wieder zu diesen, also ich muss sagen, ich find sie nach wie vor bescheuert, diese, Hallbrand ist Sauron-Theorien, aber man muss sagen, es gibt immer wieder Verweise da drauf. Und wenn man dann jetzt hier vom, vom Konflikt zwischen Sauron und Ada hört und auch halt die Reaktion, als er den Namen gehört hat in Folge 5, wobei ich mir dann die Frage stelle, den Namen Sauron kennt er dann jetzt hier plötzlich nicht mehr, das ist so ein bisschen komisch. Aber im Hinblick darauf hat das dann vielleicht doch wieder gewisse Anhaltspunkte, oder wie siehst du das? Äh, ja, also einfach abwarten und Kakao trinken dann halt, ähm, weil ich weiß das nicht genau, weil ich, ich, ich wüsste halt nicht, weil ich hatte so überlegt halt, wenn etwas daran dran, dran ist halt, das ist Sauron in anderer Gestalt. Da denk ich mir, was genau ist seine Motivation dabei, weil hat er das dann, weil man dann halt überlegen muss, ist das irgendwie alles in die Wege geleitet, hat er sich dann so ausgegeben, oh ja, ich bin hier jetzt auf diesem, auf diesem Wrackteil und hab ich darauf gehofft, dann da, da Gladriel zu finden und dann, ähm, rallied sie da die Armee zusammen und so. Das ergibt für mich nicht wirklich Sinn, halt, dass dann halt, was hätte Sauron davon? Und, äh, warum, warum hatte dann dieses, dieses Ding da, um den, das, äh. Ja, warum, vor allem, warum verlässt er auf dem Floß Mittelerde? Ja, richtig, das ist einfach, ich weiß nicht, er kann's nicht, unmöglich ist es, das ist total bescheuert. Ich, 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 ich fänd's, ich fänd's, ich fänd's auch bescheuert, zumal das würde dann auch, weil wir haben nämlich tatsächlich noch eine wirklich gute Szene zwischen Galadriel und Hallbrand, wo sie dann, ich muss sagen, ich hätte vielmehr noch solche Szenen sehen wollen, weil hier bricht Galadriel tatsächlich mal auf und hat auch irgendwie was, was selbstreflektives, also sie sitzen da im Wald auf so einem, auf so einem Baumstamm oder was, er gesellt sich zu ihr und dann bedankt sie sich erstmal, dass er sie abgehalten hat und, äh, er entgegnet dann, ja, sie, ihr habt es zuerst bei mir gemacht, und, äh, sie sprechen davon, dass sie sich beide irgendwie befreien müssen von Rache, er hatte erst eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass das nicht möglich ist, aber durch die Verbundenheit, die er jetzt auch spürt mit ihr auch, dass sie zusammen im Kampf waren, dadurch hat er das Gefühl, dass er, dass er loslassen kann von der Rache und vielleicht wird sich das dann irgendwann auch auf sie übertragen. Das wär zumindest mal ein schöner Abschluss, äh, für ihre Arc und würde dann vielleicht in kommenden Staffeln ihren, ihren Charakter auch ein bisschen zugänglicher gestalten. Ja, genau, und sie haben das halt gegenseitig, gegenseitig gespürt und da hat man eine gewisse Annäherung und wo man so denkt, oh, da, 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 da kommen plötzlich so, so gewisse Gefühle zum Tragen. Mhm. Genau, diese kurze Schöne, wo sie so ein bisschen halt, wo man halt so sieht, das ist vielleicht auch etwas, wonach sie so ein bisschen halt, das ist etwas, womit sie auch keine Erfahrung hat bisher so direkt und so unterbewusst vielleicht schon immer, wenn ich dafür die, die große Gelegenheit und das Bedürfnis gehabt hätte bisher und so, aber, genau. Genau, aber jetzt hat sie so, so jemanden gefunden, der sie auf diese, auf diese Weise jedenfalls versteht, das ist eben das, ja, aber sie ist, äh, trotzdem ist es, geht's noch nicht super glücklich für sie aus, ähm, sie schaut den Dolch an von ihrem Bruder, sie hat das Bündel noch in der Hand. Ja, sie säubert die Klinge dann eben wie auch, glaub ich, ne? Genau. Und dann haben wir den Übergang, beziehungsweise, äh, ja, da ist schon fast schon, also ich mein, gut, der Sieg ist ja jetzt auch schon eine Weile her, aber da herrscht ja wirklich schon jetzt Kaffeekränzchen-Stimmung, also das hatte so ein bisschen, das hatte so ein bisschen was von, das, das gefiel mir auch nicht so beim, äh, hier beim allerletzten Harry Potter, wo dann irgendwie Voldemort besiegt ist und dann Schnitt, Schnitt, ja, wir feiern jetzt irgendwie, also, das ... Der war nicht direkt feiern bei Harry Potter, das war halt einfach noch ... Nee, ja, ja, bei Harry Potter ist es dann dahin noch besser, weil ich muss sagen, hier ist es mir zu, das geht zu schnell, also ich weiß nicht, die könnten doch da irgendwie noch Leichen wegschleppen oder, oder sind noch irgendwie total gezeichnet vom Kampf, stattdessen ist da förmlich Party-Stimmung. Ja, es sind ja ein paar Stunden vergangen schon, aber ja, es ist halt, äh, aber das, das ist halt eben etwas, so sind halt Menschen, die kompensieren dann. Ja, ja, es hat aber irgendwie, also das, das, es, es wischt auch irgendwie zu sehr den, den Verlust und das Opfer und die Toten beiseite von, von der Schlacht, also dadurch, das nimmt dem Ganzen irgendwie auch an, an Tragweite, hab ich das Gefühl. Ja, jedenfalls, äh, Bronwyn ist wieder relativ gesundet. Auf jeden Fall kann sie wieder laufen. Genau, sie kann wieder laufen, äh, sie hatte ja, ja gut, sie hat zwei Pfeile, aber, ja gut, das wird ja nicht beantwortet. Auf jeden Fall lernen sie und Miriel sich kennen, also noch zwei Frauenfiguren, die aufeinander stehen, äh, aufeinander, aufeinandertreffen. Das wollte ich nämlich sagen, die stehen, die haben das Gefühl, dass sie gegenseitig in ihrer Schuld stehen, also von wegen, äh, also das halt, was sich Pharrason erhofft hat, äh, in der fünften Folge. Die Südlander oder die, die Menschen der Südlande werden auf ewig in Numenors Schuld stehen und Miriel sagt dann aber, ja, wir stehen in eurer Schuld, weil ihr ja, äh, vorher das, das ihr verteidigt habt und den Menschen geholfen hat. Und da merkt man auch wieder eine gewisse Verbundenheit von beiden Frauen und Miriel spricht auch davon, ich, ich werde euch jederzeit helfen, wenn ihr jemanden braucht, der euch hilft, diese Bürde zu tragen. Also wieder auch ähnlich, ähnlich wie bei Galadriel, ne, dass sie so einen gewissen Draht zueinander finden, da schon. Hm, dann kommt Heilbrand und, äh, dann, dann, dann hat so Bräumann sofort das Gefühl, oh, das ist ja der König, der uns versprochen wurde und der dann so noch kurz und zögert, ja. Ja, ja, er trägt das Siegel und er sieht, er sieht ja halt erneut aus wie Aragorn. Und, ja, dann sagt er aber so zögerlich, ja. Und dann stoßen sie alle an auf, äh, den wahren König der Südlande, wie Miriel es nennt. Und dann eher so beiläufig gibt, gibt Galadriel, äh, glaube ich, das, das, das Bündel, das Bündel, man muss ja ganz wichtig sagen, das Bündel an Arondir. Und Arondir gesät sich dann, also da, da wird halt gefeiert und Arondir gesät sich dann zu Theo, der ziemlich abseits auf einer Mauer sitzt. Naja, ich meine, der hat ja wirklich einen Moment der Schwäche gehabt und dann irgendwo halt das, das da ausge, ja, nee, nicht, nicht ausge, also er hat auf jeden Fall einen Moment der Schwäche gezeigt, als seine Mutter bedroht wurde und als er bedroht wurde und hat dann ja, äh, Ada, den, den Griff ermöglicht. Und, äh, Arondir sagt dann aber zu ihm, ja, du sollst dir jetzt keine Vorwürfe machen wegen, wegen deinem schwachen Moment. Und Theo sagt dann aber, dass er nicht nur Schuld verspürt, sondern auch Verlust. Genau, weil der Griff hat ihn mächtig fühlen lassen. Mhm. Und, ähm, und dann schieb es, schieb es einfach von dir. Und dann gibt er Theo das Bündel und sagt, äh, schenk es den Numenorern, die werden es ins Meer werfen auf ihrer Heimfahrt. Und, was ja auch etwas ist, was, ähm, sie bei Elrons Rat für den Ring empfehlen. Ja, das haben sie wahrscheinlich sogar daher, aber es ist halt, ja, also da wirkt Arondir dann eigentlich so ein bisschen, ich meine, der müsste doch auch vielleicht von der abhängig, ja, oder hat der, hat der von der Abhängigkeit, äh, von Theo zu der Klinge nichts mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich glaube, vielleicht wurde es kurz halt so zwischen den Zeilen gesagt, dann in Folge, äh, fünf. Ja. Weil, als er dann so erklärt, was das ist und so. Ja, vor allem eins frage ich mich, wenn die Numenorer das kriegen, warum gibt er das da nicht den Numenorern, sondern Theo? Einfach, um ihm das Vertrauen, um ihm Vertrauen entgegenzubringen. Ja, gut, das stimmt vielleicht. Und zu zeigen, hey, du bist drüber weg oder ich will dir mit drüber hinweg helfen und hier, weil du bist, ich seh dich als, äh, ich seh dich als jungen Mann und so und ich unterschätze dich nicht. Theo ist nicht drüber hinweg. Äh, ganz im Gegenteil, ich glaube, Arondir ist kaum weg. Da macht er seinen Arm frei, wie so ein Drogensüchtiger, der seine Lieblingsspritze wiedergefunden hat. Ja. Er öffnet das Bündel und wir sehen es lange nicht und dann doch, der Griff ist weg und dort liegt eine Axt. Ja, irgendeine Axt. Und dann sind wir bei der alten, bei dem alten Wachturm, wo Waldreck ist und gerade das Schwert mit seinem Blut versorgt. Und wir sehen dort, ähm, ein, äh, ein, ein Schlitz in so einem Vorsprung, in so einem kleinen Podest. Und das ist tatsächlich wortwörtlich ein, ein, ein Schlüssel, was ich da nicht gedacht habe, okay, sie nehmen es tatsächlich so wörtlich. Aber auf jeden Fall, er macht die Klingel so lange wie möglich, diesen, diesen Schlüssel jedenfalls und steckt es dann hinein und dreht es um. Und dann sehen wir wieder, wieder quasi so eine Art Stausee ist ja im Prinzip da so neben Turm und Brücke, wie sich dort dann etwas öffnet unter der Brücke, dann, ähm, kommt da eine Kaskade von Wasser herunter, äh, fließt, äh, durch die Lande, wobei wir, ähm, aber davon schneiden wir dann schnell weg, weil wir dann nochmal bei Isildo und seinem Pferd sind. Genau, Isildo und sein Pferd, äh, und man merkt auch, sein Pferd ist unruhig, spürt, dass da irgendwas kommt oder ist. Äh, Pferde spüren ja gerne mal was, was eher als Menschen, ne? Und Elendil beruhigt das Pferd, äh, in Arakon-Manie, ja im Prinzip, genau. Reden da ein bisschen darüber, so über die Verbundenheit zwischen Mensch und Pferd und haben da einen schönen Vater-Sohn-Bonding-Moment. Ja, und, äh, wir erfahren auch das Elendil, dass das, also halt, dass es heißt, dass die Menschen von Western ist, dass, sobald die ein Pferd reiten, dass sie dann irgendwie einen, sag ich jetzt mal, gedankliches Band knüpfen mit dem Reiter und dass der, dass das Pferd, den, den Schmerz oder die Unruhe des Reiters spürt. Damit erklären sie das halt in der Szene und, äh, Elendil erwähnt dann noch, dass er, dass er das von, von der Mutter von, äh, Isildo hat, also von seiner ertrunkenen Frau. Ja, da gibt's durchaus einen ganz netten Vater-Sohn-Moment, aber der hält nicht lange an, denn plötzlich bebt die Erde und Wasser sprudelt aus dem Boden. Genau, aus den verschiedenen Löchern, ähm, die sie da zugedeckt haben. Es ist wie mit dem Finale von Rango. Haha, stimmt, ja, ja, nur, dass es hier kein, äh, Quell der Freude ist, sondern, äh, Genau, das, was bedrohlich ist, das Wasser spritzt hoch, wir sehen Arda, wie er sich, äh, dort angekriegt auf dem Boden liegt und lauscht, so quasi ganz liebevoll. Wir hören die Orks rufen U-Dun, 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 also die Gefangenen, äh, in, in Ketten gelegten Orks, die Menschen sind sehr beunruhigt, die spüren die Erschütterung, Arda auch. Und wir sehen jetzt, wofür diese Gänge und, äh, dieser Tunnel ist, oder was auch, dieser Halbtunnel jedenfalls, den sie gebaut haben, weil ich eben auch dachte, weil ich ursprünglich halt dachte, warum, warum baut ihr dieses Ding? Weil halt von wegen, ihr könnt euch genauso gut so über die Lande bewegen, weil ich dachte, das wäre halt als, einfach als sicherer Weg irgendwie für die Orks. Gedacht oder wie auch immer, aber nein, die haben den Kanal gegraben. Ja, aber was für ein. Ja, äh, aber da passt dann auch wieder zu, dass, ähm, Bronwyn sagte ja, als sie da in der vierten Folge in der Festung ankommen oder auf jeden Fall da noch mehr Menschen dann, also da sind ja Menschen aus mehreren Dörfern gewesen und da hieß es dann ja, oh ja, die, die kommen, äh, aus Ecken, äh, von hier bis zum Orodruin, ne, Orodruin, der Schicksalsberg. Und ja, dahin fließt nämlich dieses ganze Wasser. Wir haben den ja immer schon von Weitem gesehen, schon in der allerersten Folge hattest du ja gemacht. Genau, dann sieht den andauernd im Hintergrund und, äh. Genau, und da fließt das Wasser jetzt hin und es fließt tatsächlich auch wirklich in den Schicksalsberg, also in die Lava. Ja, man muss sagen, das ist visuell, das ist schon toll. Ja, ja. Und, äh, es, es, äh, bestätigt vor allem auch eine Fantheorie darüber, es haben nämlich welche vermutet tatsächlich, dass dieser Griff, dieser Schlüssel für den Schicksalsberg bestimmt ist, also dass man den damit praktisch aktivieren kann. Äh, ja, und, äh, äh, die Ork-Tunnel mit einbezogen, also über den Umweg natürlich stimmt es ja irgendwo. Äh, jedenfalls fließen diese Wassermassen dann in die Lava und, ja, da ist jetzt halt die Frage, kann ein Vulkan dadurch ausbrechen, dass Wasser reinfließt? Ich meine, es ist ja Fantasy, es ist ja ein, es ist ja irgendwie ein magischer Berg und es ist ja nicht als, als echter Vulkan gedacht. Ich weiß halt nicht genau, was das bezweckt, vielleicht werden wir darüber noch aufgeklärt. Ich schätze, ich weiß nicht, inwiefern das irgendwas losbrechen. Ich glaube, es könnte gut sein, dass es diese symbolische Bedeutung hat, von wegen diese beiden kompletten Gegensätze treffen aufeinander und entfesseln diese Macht. Feuer und Wasser. Ja, ich denke, das, ich denke, das ist der Sinn dahinter ungefähr, von wegen halt, wir brauchen, wir brauchen dies und das. Und es ist halt super simpel und, aber dennoch ist es halt etwas sehr Symbolträchtiges und ich glaube, das könnte so der Sinn dahinter sein. Ja, es ist eher auf symbolischer Ebene zu betrachten, ne? Ja, genau, auf jeden Fall bricht das Ding ja halt aus dann. Und das sieht, also, ähm, da ist die Ironie, die Folge ist nicht von J.A. Bayona und trotzdem sah das sehr ähnlich aus wie in seinem Jurassic World. Das ist sehr, sehr cool, dass wenn da eine Druckwelle entsteht, ähm, das war ein sehr schöner Effekt. Ja, auch ähnlich wie, ähm, äh, in den Jackson-Filmen, wenn Sauron auftritt oder irgendwo verschwindet oder was auch immer, dann gibt's auch immer diese Druckwelle, ne? Ja, genau, und dann fängt es an, Feuer zu regnen. Aber was für welche, ja, Menschen in Panik, Galadriel sieht das Ganze, ist fassungslos, steht da wie so eine Salzsäule. Orks überwältigen die Wachen. Man, 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 man kann sagen, die Lava zertrifft die Menschen und zerstört die Lande. Und wenn man überlegt, wo wir hier sind, dann ahnen wir das so langsam, äh, während Galadriel immer noch so, ja, bocksteisch dasteht. Und dann eine wirklich gigantische Arschewolke auf die zukommt und, weiß ich nicht, da regnet's Feuer, äh, Gesteinsbrocken, wie man das halt kennt bei einem Vulkanausbruch. Obwohl ich hab jetzt noch nicht so viele miterlebt. Und, äh, äh, die, die versuchen dann irgendwie verzweifelt, Schutz hinter der Mauer zu suchen, bringen die, bringen die Königin in Sicherheit, also hier Elendil. Ada, äh, ist, ist irgendwie gar nicht mehr zu sehen, also man sieht dann auch irgendwann, dass dieser, dieser Schuppen, in dem er war, dann auch irgendwie weggerissen wird. Das ist unklar, äh, äh, ob er überlebt hat oder nicht. Er ist jedenfalls weg, also die Kette ist weg. Also er ist, die Kette ist noch da, aber er ist nicht mehr da. Er ist irgendwie abgehauen. Ja, er wird hoffentlich noch mal auftauchen. Oh, ganz sicher. Aber ja, sie, sie bleibt ja immer noch stehen, während die Aschewolke auf sie zurollt. Sie schließt die Augen und dann wird sie davon umfangen. Ja, und Cliffhanger. Und das war, also sagen wir so, wie sie vor dieser, dieser Rauchwolke steht und im Hintergrund der Orodruine und wirklich totales, totales Chaos herrscht. Das ist schon ein starkes Bild, keine Frage. Ja, gell, ich muss sagen, ich fand's so ein bisschen, ja, ich fand diesen Cliffhanger so ein bisschen billig tatsächlich. Es ist irgendwie, dann passiert jetzt dieses, dieses große Ding und das ist einfach jetzt in der letzten Minute der Folge. Äh, ja. Es ist so ein bisschen schwierig, weil ich verstehe schon, ja, ist ein so guter, äh, guter Cliffhanger in dem Sinne dann, also halt wirkungsvoll. Aber das ist dann auch so ein bisschen hinterher, ja, und ich verstehe ja schon, die Story geht weiter und ihr müsst da Leute am Haken haben. Ähm, aber dennoch. Ja, vor allem, dass sie das überlebt haben soll dann halt auch in der nächsten Folge, ne. Also man hat ja schon in den Trailern, hat man ja schon diese Szenen da irgendwie gesehen, wo alles rot ist und sie irgendwie völlig mit Asche voll. Das war ja auch eines der Teaserposter, also weiß man, dass sie das überlebt hat und, also für mich hat's tatsächlich keine Spannung an der Stelle. Nicht so direkt, nee, ich frag mich halt, ich hoffe halt, den Leuten, also den, den wichtigen Leuten geht's halt gut. Ach, und hier sieht man nochmal nach Theorofen, der ist da irgendwie verloren gegangen. Äh, ja, wer weiß, wer weiß. Aber was haben wir denn jetzt, das muss man jetzt nochmal vielleicht ein bisschen ausformulieren, was haben wir denn jetzt hier gesehen wahrscheinlich? Ich meine, man sieht, der Himmel verdunkelt sich und die Landschaft, äh, wird zerstört, beziehungsweise die, die Vulkanasche wird das Land wahrscheinlich für immer unbefriedbar machen. Ähm, wobei es eigentlich lustig ist, weil Vulkanerde ist eigentlich mit die fruchtbarste auf der Welt. Ja, aber wie gesagt, das hier ist ja böse, böser Berg. Äh, das, das ist ja Asche und, ja, es hat auch wieder Symbolkraft und, ja, machen wir's kurz, wir haben hier wahrscheinlich gesehen und das ist dann im Hinblick auf die Lore schon, äh, nicht, nicht verkehrt, wir haben wahrscheinlich so eben die Geburt Mordors erlebt, ne? So richtig, also wie es halt dann zu dem wird, was wir dann kennen, ja, jedenfalls der Anfang davon. Ja, es ist eine sichere Heimat für die Orks, ne, weil Mordor ist ja, ist ja immer dunkel und wenn man sich erinnert, das hatte ich ja auch schon in der dritten Folge angesprochen, dass Sauron, äh, tatsächlich diesen Brodem vom Schicksalsberg schickt, als sie auf Minas Tirith marschieren und, äh, ja, hier ist das, also, Mordor kann halt wirklich dadurch, dass, dass der Himmel sich verfinstert, womöglich für immer, äh, kann das eben dann jetzt eine, eine adäquate Heimstätte für die Orks werden, ne? Ja, ja, richtig. Halt, ich weiß ja nicht, was ich davon, weil sie, 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 sie machen wieder das so, das ist etwas, was sie noch in Folge 5 gemacht haben mit Mifri, sie fügen dem allen so was komisch mechanisches hinzu, dieser, dieser Magie. Wo dann halt, äh, in Folge 5 hattest du das mit Mithril, wo du dann, oh, im Prinzip wird jetzt Mithril zu, und wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob das stimmt, das könnte ja falsche Propaganda sein, aber im Prinzip glauben die, Mithril wird jetzt zu den Aufladebatterien der Elben. Und, äh, das hier ist jetzt, ja, wir müssen den Schlüssel rumdrehen, damit der Schicksalsberg im Prinzip zu dem feurigen, also zu dem Ding wird, was er dann ist. Ja, ja, das sind so, sag ich jetzt mal wortwörtlich, Mechanismen, die sich, die sich nicht organisch anfühlen in dieser Welt. Ja, es ist, ja, es ist etwas komisch, ähm, weil, ich meine, es ist durchaus, das, 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 das komische ist, dieses ganze Ding mit dem, oh, wir drehen den Schlüssel rum, das hat irgendwie, was von Zelda. Ja, das, das, das hat etwas von Breath of the Wild oder wie auch immer halt. Ja, ja, das ist ja auch ein Vulkan, ein Todesbär. Ja, genau, und das, 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 das hat etwas, das hat etwas mit diesen, von dieser Art von Videospiel. Ja, vor allem ist es auch schade, dass dann jetzt diese, 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 ich hab's ja immer Morgul-Klinge genannt, dass das jetzt irgendwie auch passé ist und dann vielleicht auch, diese, diese gar nicht mal, äh, unkluge Vermutung, dass vielleicht aus Theosaurons Mund wird, weil, der scheint sich ja jetzt doch irgendwie für das Gute in sich entschieden zu haben. Und klar, er ist noch irgendwie geil auf das Ding, aber er wird ja jetzt wohl kaum so Gollum-mäßig nach dem Suchen, nach dem Griff und der ist ja jetzt auch irgendwie weg, also, ja, es ist schade, da hätte man mehr raus machen können, finde ich. Ja, wer weiß, ich weiß nicht genau, ja, es ist, äh, wie gesagt, es ist komisch, aber wie gesagt, weil, man muss auch nicht groß was zu erklären, weil im Prinzip ist das das, ja gut, das waren irgendwie die Pläne und das Ding ist, ja, weil Sauron und da wird dann ja dringeschmiedet später, also der eine Ring, aber, ich weiß nicht, dadurch, dass man dann im Prinzip, oh, wir haben jetzt das, um das so zu aktivieren. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, also, es ist halt, es ist halt etwas, es hat durchaus etwas nettes, symbolträchtiges, aber es, wie gesagt, es wirkt für mich zu, zu mechanisch und zu sehr, wir müssen, wir brauchen für alles diese Origin-Dinge und das ist etwas, was die Serie, ähm, auch teilweise durchaus umschifft hat, also, wir brauchen auch nicht für alles dieses und jenes, bla bla bla, und wir haben ja auch unser eigenes Zeug, aber das sind halt so diese Sachen, wo dann, aber immerhin, es ist interessanter als, äh, in bestimmten anderen Sachen, wo ich's gesehen habe. Ja, also, es ist ja, es ist ja nicht verkehrt, das aufzugreifen, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen grundsätzlich das Problem mit dem Material, was ihnen hier zur Verfügung steht, weil es wird tatsächlich nur sehr vage vorhergesagt, äh, was Mordor, äh, bevor Sauron dorthin kam, oder sich, sich dort niedergelassen hat, äh, für, 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 äh, für einen Zustand hatte, für ein Land war. Ja, und, äh, da haben sie dann natürlich Freiheiten, vielleicht dann auch manchmal im Hinblick auf das, auf das Ausgangsmaterial etwas zu viele Freiheiten, wobei ich's hier okay finde, ja, diesen, diesen mechanischen Aspekt, da hast du schon recht, was, äh, unter einem Gesichtspunkt finde ich das immer noch interessant, wenn du dich erinnerst, Ada hat davon gesprochen, dass er sich vergöttlichen wollte. Ja. Und, ähm, so eine Katastrophe auszulösen, ja, das kann eigentlich nur ein Gott, ne? Das stimmt, das stimmt, ja, ja, genau, er wollte das ja wahrscheinlich dann am liebsten natürlich selbst machen, aber, äh, ja, es ist schon, ja, aber meine Güte. Es ist schon, visuell ist das hier schon, also, für ne, ja, es ist bildbereitig, episch, ja, obwohl ich muss zugehen, dieser so Vulkanausbruch, hab mich ehrlich gesagt, also, der hat, ja, der, der ist schon wirklich beeindruckend, das stimmt, also, da siehst du wirklich jetzt, also, ich, ich hab's ja auch gerade eben verglichen mit, äh, äh, hier Jurassic World 2 und das ist immer ein fucking Kinofilm, ne? Ja, und auch wirklich ein Blockbuster. Hm. Ja, insgesamt, diese ganze Folge, äh, willst du anfangen? Mit dem Fazit? Äh, okay, ja, kann ich, ähm, ja, also, ich war echt, äh, ergriffen, größtenteils, weil es ist halt echt, ich ging halt voll mit, also, ich hatte ein paar Mal so wirklich so, einerseits für Begeisterung, andererseits so ein bisschen mit Fiebern, so, so Tränen in den Augen hier und dort, weil es ist halt echt, meine Güte, also, es ist halt, die packen eine ganze Menge aus, ähm, ich fand, ich fand die Kampfszenen sehr gut und sehr mitreißend, also, ich war da voll dabei. Und, ähm, ich, insgesamt einfach eine wahnsinnig stark inszenierte Episode, ähm, ich fand's sehr schön, wie wir uns einfach nur wirklich auf diese Parteien konzentriert haben, weil anders ging's auch einfach nicht, also, das war wundervoll fokussiert und, äh, ja, also, ich bin, wie gesagt, und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich machen die am Schluss nicht irgendeinen Kack, was das irgendwie in Dreck zieht und nein, das tun sie nicht, so gesehen, aber halt, es passiert doch eine ganze Menge und das hier am Schluss, wo man halt auch dann fragt, okay, und was jetzt? Also, ähm, mal schauen, wo sie dann ansetzen und ich schätze ja mal auch, dass dieser Ausbruch, das wird man noch, man wird das in anderen Orten Mittelerdes vielleicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass die nächste Folge an den anderen Orten jeweils anfängt und die anderen Charaktere, die wir kennen, kriegen das so mit von fern. Ja, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, um... Um da einzuleiten nochmal, also von wegen, um uns daran zu erinnern, ja, diese hier sind noch da, aber verbinden sie jetzt so mit dem, was da jetzt passiert ist. Da würden sie dann vielleicht auch ganz gut den Bogen schlagen zur allerersten Folge mit dem Kometen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn es die nicht gegeben hätte, dann hätten sie auch Schwierigkeiten gehabt, äh, darzustellen, dass es wirklich eine zusammenhängende Welt ist. Und daran krankt die Serie in meinen Augen auch. Also, die müsste viel mehr solcher Momente haben. Ich finde, die Karte hilft immer dabei sehr. Ja, aber die Karte ist halt auch so ein, also sagen wir so, sie ist zwar ein probates Mittel, aber wenn man überlegt, also Peter Jackson hat zum Beispiel nicht so oft auf eine Karte zugegriffen, da hast du einfach von, von, von dir aus einfach ein Gefühl dafür bekommen. Wie gesagt, es ist nicht verkehrt mit der Karte, aber, ja, Peter Jackson hat's und da hat, also da hatte die Welt irgendwie auch gefühlt noch viel mehr Umfang, ja. Aber da ist es auch, bei Herr der Ringe ist ja einfach noch eine sehr viel zielgerichtete Story, wo dann halt alle bewegen sich so auf den gleichen Punkt so irgendwie und hier hast du eben noch Sachen, die noch abseits davon losgehen, halt, du hast immer noch in, in, da, in, in die Region, in Khazad-Dum, da haben die immer noch gar keine Ahnung, was da eigentlich los ist, äh, dort, wo die, wo die, ähm, Haarfüße unterwegs sind, die machen da ein eigenes Ding. Da schon eher, vielleicht. Die wissen, ja, ich meine, halt, ja, ich meine, man sagt ja dort, ähm, in der ersten Folge sagt ja Nori halt, ich glaube, vielleicht passiert gerade irgendwas im Süden, halt irgendwas ist komisch, ähm, also sie, sie hat da, sie hat da durchaus, äh, natürlich einen Blick und ein Ohr für, aber trotzdem haben die da ihre eigenen Probleme und die geht das so direkt jetzt gerade noch nichts an und sie, sie wissen's ja nicht genau und deshalb, das wird sich jetzt garantiert ändern, aber, ja, dennoch, dennoch haben die ja trotzdem so ihre eigenen Sachen dort zu tun und haben noch nicht alle so dasselbe Ziel. Und es sind noch nicht diese Verbündeten und so und das ist bei Hederinge anders, also kann man das so nicht direkt vergleichen, wo es dann halt, und du hast eben auch nicht so viele Sprünge hin und her gehabt, gerade in die Gefährten, wo du halt größtenteils wirklich fokussiert warst auf eine Gruppe und, äh, natürlich kannst du dann dort ein bisschen besser erzählen, wenn man, wenn Charaktere von dorthin nach dorthin laufen und dann verändert es sich so und so und hier natürlich hast du dann die, die Sprünge und so, aber halt, äh, ja, ich weiß nicht, immerhin hast du hier so ein bisschen mehr so Hilfe von der Karte, wo, ich meine, bei Game of Thrones, Thrones hast du ja eigentlich jede, jedes Mal am Anfang die Hilfe von der Karte. Ja, gut, da ist es halt das Intro, aber das ist halt fucking ikonisch. Ja, ja, und ich meine, das ist auch sehr praktisch durchaus, aber trotzdem hatte ich dann nicht immer exakt Übersicht, okay, wo genau war das jetzt nochmal, ähm, also so ungefähr schon, aber es ist halt trotzdem ein bisschen kompliziert dort. Und hier eben, das ist halt der Vorteil, dass ich halt Mittelerde so an sich kenne und deshalb halt weiß, ja, die sind da ungefähr und das ist dort. Da ist man vorbelastet, ne? Ja, aber ich bin, war, ich war wirklich echt, also begeistert von so vielen Sachen, also das, ich mochte, wie brutal das alles war, ich war sehr überrascht davon, aber ich mochte es, ich mochte die Tatsache sehr gerne, die halten nicht hinterm Berg, die nehmen das Publikum ernst, die möchten gute Schauwerte geben, ohne dass es halt zu viel wird, weil es war halt nicht, und jetzt prallen diese gigantischen Armeen direkt aufeinander, sondern ich fand's gut, dass das halt wirklich eher dieses Scharmützel war und dass man da auch wirklich zweigeteilt hatte und das war gut verteilt, wo du nicht, du hast dich ununterbrochen die ganze Zeit, Kampf, 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 du hast dann ein paar Ruhepausen zwischendrin, hast spannende Sachen, sehr gute Performances, chillige, also wirklich Gänsehaut erzeugende Stellen hier teilweise, dein Dialog und bei, bei Schauspielleistungen. Ähm, ja, also ich war total, ich war voll dabei und ich bin, ich bin total, also meine Güte, was, was, das, das Ding ist halt wirklich, das war jetzt Episode 6, kommen jetzt noch zwei Episoden und halt nach dem gehen wir erstmal zurück zu Orten garantiert, wo es irgendwie grad friedlicher zugeht und so, es sei denn, es spitzt sich jetzt überall zu, aber meine Güte, halt, wie willst du das, das ist etwas, das hättest du in den früheren Game of Thrones Staffeln, das wär das Finale gewesen von der Staffel. Ja, ich hab den Eindruck, dass sie sich hier im Hinblick auf Game of Thrones, also, äh, diese Fokussierung auf einen Handlungsort, das ist, das ist typisch für eine, also bei, bei Game of Thrones ist das typisch für die neunte Folge gewesen, wenn du jetzt an sowas wie Blackwater denkst oder. Ja, Blackwater, du hast, äh, das bei, bei der Mauer. Ja, und hier, und hier wirkt das tatsächlich ähnlich, also, das haben sie sich auch wohl ein bisschen da abgeguckt, ist ja auch, auch wenn du so von der Folgenanzahl angehst, mehr oder, mehr oder weniger ist das hier so ein bisschen Folge 9, wenn du es jetzt wirklich als Game of Thrones äquivalent sehen willst in der Hinsicht. Also, was ich sagen kann zu der Folge, ich hab sie ja zweimal gesehen, beim zweiten Mal hat sie mir besser gefallen, ich konnte mich auch mehr auf die Inszenierung konzentrieren, ich muss sagen, emotional hat die leider nicht so richtig bei mir gezündet, weil da viele Szenen waren, wo ich mir dachte, oh, da kommt doch eh wieder jemand, du hattest sehr viele Momente, wo dir irgendwie suggeriert wird, oh, derjenige beißt jetzt ins Gras, nein, tut er doch nicht. Und, äh, hier bei Bronwyn haben sie dann so getan, und wir wussten alle, dass es, dass es nicht der Fall ist. Ansonsten, äh, ja, es ist gut gefilmt, es sieht auch wirklich toll aus in manchen Szenen, aber ich hab halt wirklich gemerkt, und das schreibe ich den anderen Folgen zu, das ist gar nicht mal unbedingt das Problem dieser hier, die Menschen in den Südlanden, ich hab einfach, obwohl ich jetzt eigentlich schon relativ viel Zeit mit denen verbracht habe, hab ich irgendwie keinen Draht zu dehnen. Und auch so gewisse andere Figuren, da bin ich emotional einfach nicht so investiert wie du. Bei mir war's halt so, also beim ersten Mal war's, war's wirklich so, dass ich mir dachte, erst passiert halt gefühlt irgendwie gar nix, also sie brauchen hier, äh, bei Numenor, sie brauchen zwei Folgen, um zu entscheiden, dass sie jetzt mal endlich Säge setzen. Und dann, äh, in einer Folge siehst du deren Reise, äh, sind sie dann wahrscheinlich da gelandet, reiten da an, schlagen die Schlacht und, und werden dann da auch noch mit vernichtet. Das war alles ein bisschen viel, also am Anfang, äh, da stimmt das Pacing von der Serie ja einfach nicht. Äh, das ist aber auch schon öfters der Fall gewesen. Ähm, so im Nachhinein kann ich aber schon mehr mit leben, bei mir war's halt bei der Erstsichtung so, dass so viele Sachen, die mich überraschen sollten, dass die mich halt gar nicht gekriegt haben. Bis vielleicht auf die Nummer mit dem Orodruin, das war so ein bisschen so, aha, dafür waren jetzt die Tunnel ja da. Ja, ja, genau. Die hatte ich schon so halb vergessen, aber so der Rest war so, überrascht hat mich da nix und ich muss sagen, ich fand auch dieses mit dem, mit dem Bündel so ein bisschen schwach, weil man jagt erst irgendwie ewig hinter einem her und statt dann mal irgendwie zu checken, oh, ist das das überhaupt? Also, das war auch so ein bisschen, ja, gut, aber ja, vielleicht aus der Situation heraus. Charaktere müssen auch nicht immer hundertprozentig logisch handeln. Oder halt, genau, das haben dann den Kopf nicht überall. Es ist halt immer so, wie sich das Drehbuch so ein bisschen das, das zurechtbiegt manchmal, aber es ist, es ist okay. Äh, unterm Strich ist es definitiv eine der besseren Folgen. Ich bin vor allem sehr gespannt, äh, und freue mich sehr, dass, äh, die beiden anderen auch von dieser Charlotte Brandström sind. Ja, da bin ich auch, also, das ist, das ist wirklich das Highlight hier gewesen. Ja, das, ja, die Regie war wirklich hier, noch nie war es so gut wie hier. Ja, das hat sie toll gemacht und auch alle anderen Beteiligten dort, äh, klasse. Also, ich war echt, äh, ja, hin und, hin und, hin und weg. Also, man, man sieht ja bislang auch, dass diese Folge tatsächlich mit Abstand, also, hier kannst du wirklich sagen, das ist die erste Folge, die richtig gut angekommen ist bei den Leuten. Ja, das war die, die wirklich, also, auch einige Leute, die so eher auf der, auf, auf der Kippe standen, die waren hier, die wurden hier jetzt vollkommen überzeugt davon, ähm, hab ich da als Resonanz gesehen teilweise. Und weil ich war ja with it von, von Sekunde eins quasi. Ja. Aber das, das hat nochmal so richtig gezeigt, meine Güte, ja, die wissen, die wissen, was sie tun, wenn's da um bestimmte, bestimmte Sachen geht und so, also, halt, weil in der Art und Weise, wie sie mich dann, ja, mitgerissen haben und so. Ja, also, das war echt, das war echt klasse. Naja, es wird sich zeigen, also, ich bin, äh, ich mein, uns erwartet ja noch das eigentliche Finale. Und das ist ja auch wieder, äh, inszeniert von dieser werten Dame hier aus Schweden, die man echt mal im Auge behalten sollte, also, großartig. Haben ja, habt ja, haben die ja anscheinend sowieso, weil sie hat schon so viel inszeniert, also, die hat eine steady Karriere, ne, da haben auf jeden Fall die richtigen Leute sie im Auge behalten und gesagt, hey, holen wir die für die Serie, holen wir die für das. Und für wirklich einige prestigeträchtige, beliebte Sachen, wie gesagt, Outlander, Witcher. Ja, es erinnert mich sehr, wie gesagt, an diese Michelle McLaren, äh, bei Game of Thrones, die, äh, ursprünglich von Breaking Bad kam. Ja, da sind ja einige her, ich mein, Rian Johnson hat ja auch Breaking Bad gemacht. Oh, ja, oh, oh, fantastische Folge, ja. Aber gut, wir werden sehen, wo es hinführt, äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert in dieser Folge, also, wo ich mich auch noch mal anschließen kann, diese, diese Fokussierung auf einen Handlungsort, die tut dem Ganzen schon gut. Äh, nächste Woche werden wir das ja nicht mehr haben, da wird es ja wieder so ein bisschen zerfasern, wir werden sehen, wie das funktionieren wird. Äh, wir bleiben auf jeden Fall dran, allein schon für diese Besprechung, äh, die wir dann jetzt hier auch beenden. Äh, wir hätten nicht gedacht, dass das wieder so lang wird, aber ... Es ist ja viel passiert, meine Güte. Es ist, es ist wirklich viel passiert und wir hatten ja auch wirklich viel Gesprächsstoff. Äh, und ich, ich finde es ja trotzdem immer wieder schön, dass wir, obwohl wir eigentlich sehr viele Kontrapunkte haben, dass das trotzdem immer sehr erhellende und, und fruchtbare Konversation ist. Das macht's eben, das, das macht's ja auch zur Konversation, wenn du dann halt verschiedene Ansichten hast, das kann's so viel interessanter machen. Das ist natürlich blöd, wenn's so exakte Gegensätze sind, aber das ist es ja nicht. Nee. Wenn wir trotzdem noch verschiedene Punkte haben und dann, und dann eben, das, das ist dann auch gut für verschiedene Leute, wo dann halt, welche sind, die eher dir zustimmen und welche, die sich dann eher auf meine größere Positivität freuen. Ist dann doch super. Ja, find ich auch. Äh, werden wir gucken, äh, wie das Ganze noch weitergeht. Zwei Folgen haben wir ja noch vor uns. Ihr könnt uns natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie hat es euch gefallen, äh, welche sauren Theorie schmeißt ihr jetzt endlich über Bord, welche nicht, äh, so verschiedene Aspekte, wie es weitergehen könnte, das würde uns sehr interessieren. Also gerne ab in die Kommentare, damit bei YouTube oder auch ganz klassisch tele-stammtisch.de und ich würde sagen, damit klinken wir uns aus, ermattet von der Schlacht, bis nächste Woche. Boah, na Maria. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Applaus